Freunde, was geht ab? Ein neues Jahr, derselbe beschissene Podcast 2021. Ja, die Scheiße geht von vorne los. Freunde, ich hoffe, dass ihr alle eure Neujahrsvorsätze, die ihr euch vorgenommen habt, wahrscheinlich ist das einfach nur bei unseren ViewerInnen viel weniger Alkohol trinken, ja, dass ihr die einhaltet und euch irgendwas Geiles vorgenommen habt. Was sind deine Neujahrsvorsätze? Fuck, Tilton, was sind deine Neujahrsvorsätze? Wir fangen nicht nochmal neu an, warte ganz kurz, ich kriege das hin. Digga, wir haben dreimal neu angefangen, weil irgendwer sich versprochen hat. Was sind deine Neujahrsvorsätze, Bitch? Bitch. Warum? Warum heiße ich Bitch bei dir? Ist einfach so. Digga, richtig viele haben sich darüber aufgeregt, dass ich mit meinem Fuß wackele. Ich werde aber nicht aufhören. Ich wichs mir darüber den Schwanz. Ehrlich? Ich habe extra lange Socken angezogen, damit ich kein Hochwasser habe. Ja, damit man deine Zuckerbeene auch nicht sieht. Ja, ja, das ist schlimm. Das ist schlimm geworden. Krank. Bro, meine Neujahrsvorsätze sind eigentlich... Bro, ich weiß nicht. Ich habe schon viele Neujahrsvorsätze, aber die gehen alle so personally irgendwie auf mich bezogen, sind die. Der sagt doch den Leuten. Ja, das ist einfach mein... Ich will geilen Schlaf haben. Ich will wirklich geilen Schlaf haben. Ich wohne mir jetzt so eine Weighted Blanket. Weil du so allein bist, quasi was menschliche Nähe imitiert. Genau, ich wohne menschliche Nähe und Wärme und auch Geborgenheit, die das irgendwie symbolisiert. Nachdem ich jetzt nicht mal bei deiner Mama an die Titten nuckeln kann, ist das ja irgendwie... Lass dir doch eine kommen für den Fuffi. Deine Mama war besonders. Okay, da check ich. Meinst du, die Decke kann meine Mutter ersetzen? Ja, ihr fehlt ja jetzt eine Brust und deswegen kann ich da nicht mehr wirklich... Wusste ich gar nicht. Das muss ja nach Weihnachten gewesen sein. Es darf Weihnachten passieren. Tatsächlich, krass. Das war ein Unfall. Muss ich mal anrufen heute. Reingebissen zu 0. Okay, 1-0. Nee, aber so... Also Content-wise einfach nur geilen Content machen. Ich habe so ein Main-Video hochgeladen, wo ich so über die aktuelle Situation, ja, den Gemütszustand spreche, sage ich mal. Eww. Ja, und seitdem ich jetzt so ein bisschen so diese Pause hatte, ist das viel geiler alles wieder. Ich habe legit wieder die gleiche Energie, habe ich gerade eben schon gesagt, ich habe die gleiche Energie, wieder Daily Streaming zu machen. Boah, geil, dann fickst du dich richtig, ey Arsch. Ja, warum werde ich nicht tun? Boah, das wäre ja, dann fickst du dich richtig. Bro, ich sage dir ehrlich, gestern war der letzte Tag des Jahres und ich war wirklich kurz echt traurig, dass ich ein paar Tage nicht gestreamt habe, weil ich mir dachte, bro, das wäre jetzt halt dann gewesen. Dieses Daily Stream-Ding. Es war wirklich auf dem letzten Lauf. Boah, true, jetzt wäre das Jahr fertig gewesen. Aber das ist aber auch ein Kopfhink. Digga, wie hat Hugo das drei Jahre gemacht? Also das Ding ist ja auch gerade, wenn du so irgendwie unterwegs bist oder auf irgendwelchen Events oder so, also es wird dir immer Tage geben, wo du einfach nicht streamen kannst in der Zeit. Ja, ja. Also es ist ja dein Todeskopf. Du kannst ja auch nicht sagen, du bist auf irgendeinem Event, sagst du, yo, ich muss jetzt eine halbe Stunde weg, ich muss jetzt streamen. Das ist doch voll scheiße. Ich habe es so gemacht. Bei Dodgeball-Event bin ich eine halbe Stunde rausgegangen und habe JL gestreamt. Aber glaubst du, das ist so, also glaubst du, das ist so förderlich, das ist doch, also so Streams auf Krampf, eine halbe Stunde, fähig Kacke irgendwie. Sowas würde mich nerven. Ja, das sind jetzt keine, genau, das sind halt keine geilen Streams. Ja, aber es ist halt, du hast dann im Twitch-Tracker. Genau, und in einem halben Jahr erinnert sich ja eh niemand mehr dran, so wirklich. Ja, es ist schon eine coole Challenge. Ich habe auch schon mal, for real, ich habe ehrlich auch überlegt, ob ich das jetzt 24 machen soll, aber ich weiß halt, ich mache es nicht, weil irgendwie kommt dann mal irgendwas dazwischen oder so und ich glaube, mich würde es auch abfacken. Ich würde, glaube ich, irgendwann richtig den Bock am Stream verlieren. Ja. Und da habe ich keinen Bock drauf, deswegen lasse ich es einfach. Ja, ja. Und auch gerade, wenn wir so Phil O.S. Zabex wieder machen und so Shit, das ist, ich weiß nicht, Alter. Nee. Also, ansonsten das eine Vorsatz noch, ich möchte unbedingt dieses Jahr Italien sehen. Ich weiß nicht, ich fühle mich irgendwie verbunden mit dem Land, weil ich halt italienisches Essen geil finde. Buenas noches. Buenas noches und diese ganzen Geschichten. Aber, ähm, aber ja. War das italienisch? Nein. Okay. Aber ja. Okay. Hast du irgendwelche Vorsätze? Jo. Mein, ja, also das Ding ist, ich heule da echt oft drüber rum, aber es ist offiziell, ich glaube, ich bin jetzt an meinem fetten Peak seit langem. Ding? Ja. Ja, ich habe richtig. Zeig mal Bauch. Jetzt sitze ich jetzt besonders schlimm. Also, ich sehe da jetzt keinen Unterschied. War es schon mal weniger? Ja. Also, das mehr war, weiß ich nicht. Also, ich habe, ich saß hier, seitdem ich im Februar aufgehört habe zu rauchen. Ja, ich wollte gerade sagen. Mit Zigarette und E-Zigarette. Äh, ich habe locker zehn Kilo zugenommen, seitdem. Echt? Ja. Das ist, also ich war halt auch trainieren und so, wahrscheinlich auch ein bisschen, ganz bisschen Muskelmasse so. Aber, Digga, alleine im Gesicht, ich habe so Videos gesehen von mir vor einem, anderthalb Jahren. Ich habe so, als ich bei meinen Eltern war, über Weihnachten habe ich so ein bisschen Mediathek gescrollt, einfach so geguckt, so was so abging, vor einem Jahr um diese Zeit, Digga, und ich habe so Bilder gesehen, ich sah, ich sah mal, ich fand, ich sah mal geil aus. Und jetzt sehe ich aus wie so ein Digga, guck mal hier, unrasiert, wie Schamhaare im Gesicht, fett. Das ist einfach kacke. Ja. Aber ich glaube bei dir, du trinkst auch viel Zeug, ne? Du trinkst nicht, ähm, mainly Wasser. Ja, und das ist richtig beschissen. Ich habe eine Zeit lang wirklich nur Wasser getrunken. Ja. So, aber ich trinke schon sehr viele Zero-Produkte. Ich trinke schon so viel Red Bull Zero, Cola Light, Gunnergy und so Shit. Das ist, das ist kacke. Ja, ich mag den, Digga, kann man ja sagen. Ja, das stimmt. Ich jetzig jeden Tag, aber so ab und zu, wenn mal so kalter Dreck steht, haue ich mir da rein. Ja. Aber ich glaube, es ist echt smart, einfach wirklich mal nur Wasser saufen. Ja, ja. Sport durchziehen. Digga, das macht mich so traurig. Und da muss ich auch drüber rumheulen. Ich habe im Sommer, Bruder, mir ging es mental so gut, das war da, wo bei mir sich alles eingepegelt hat. Digga, ich bin zum Sport gegangen, ich habe auf Ernährung geachtet und so Shit. Digga, ich bin komplett raus. Ja. Ich weiß, mir geht es halt mental viel besser. Und ich habe jetzt gesagt, Digga, wir machen jetzt morgen noch Raclette. Und ab dem 1.1. Ohne Ausreden, ich bin ein Hurensohn, wenn ich es nicht mache, werde ich einfach Kalorien zählen. Und ich werde auch direkt richtig weit runtergehen auf so 2000 Kalorien, was eigentlich zu wenig ist. Wenn was? Wann fängst du dabei an? 1. 1. Januar. Ist ja heute. Achso, ja. Wenn die Leute, Digga, weinst du? Nein. Digga, ich bin vor 20 Minuten aufgestanden. Du bist voll glasiche Augen. Ich bin vor 20 Minuten aufgestanden. Ich wurde von deinem Klingeln mal wieder geweckt. Digga, du bist so ein Bastard. Wir warten um 12 Uhr abreden. Ich war eine Viertelstunde zu spät. Du pennst noch. Ja. Ich verlasse mich drauf, dass du pünktlich bist und dann werde ich wachgeklingelt. Digga, also legit, hättest du mir noch gesagt, du gehst zu schwer nach Hause gefahren. Jo. Dann wäre ich sofort wieder nach Hause gefahren. Nein, hättest du nicht, weil das wäre das gewesen, was du mir schuldest für die Scheißaktion. Welche? Dass du bei mir kacken kannst. Die Scheißaktion. Okay, ja, aber nur einmal. Ja, einmal nur. Okay. Nächstes Mal hätte ich dann nicht duschen dürfen. Okay. Aber noch habe ich es ja frei. Na gut, check ich. Okay, check ich. Nee, das ist so, also ich werde das jetzt, wenn ihr das hört, ab dann läuft's. Das Ding ist, ich weiß bei mir, ich werde richtig so Hunger haben und ich werde eine richtige Fotze, wenn ich Hunger habe. Ja. Ich werde bestimmt auch im Stream mal schlecht gelaunt sitzen und so. Aber ich werde es jetzt versuchen, einfach mal einen Monat so zu hungern, so 5, 6 Kilo runter und nebenbei halt so Sport machen, Digga. Weil ich fühle mich so, das geht bei mir so oft das Mentale. Ich gucke so die Spiele, ich denke mir, du fette, du fette Enttäuschung. Du Kaukrabbe. Du fette, du sag ich mir, du fette Kaukrabbe. Du Kaukrabbe, du. Nee, habe ich keinen Bock drauf. So, das ist so ein typischer Neujahresvorsatz halt, dieses, ja, ich nehme mir jetzt ab, mach Sport. Ja. So, diesmal aber wirklich. Ja. Ne, New Year, New Me. Und ansonsten, ich habe auf meiner Bucketlist noch, Trimax hat gestern, oder wenn ihr das seht, vor einer Woche, auf dieses Blind Date Video von mir reagiert. Und der hat so, der Ding hat mir richtig Klaus gegeben, der Süße, ich schaue, das geht raus. Das ist jetzt auf meiner Bucketlist, ich will ein Game im FFSV oder FC Harzlack oder wie die heißen spielen, in dieser Fußballmannschaft. Da hätte ich richtig Bock drauf, da würde ich auch anfangen, würde ich auch selber bezahlen, einfach nach Hamburg, ein Game mitspielen, wahrscheinlich mir das Kreuzband reißen und dann ist gut. Und dann fährt er, kannst du aber sagen, du wärst fast Profi geworden, aber hast dir dann das Kreuz vergessen. Oder wie geil wäre das ich, wenn die mich über den Platz scheuchen, in so einem hautengen T-Shirt wie bei diesem. Ey, Bro, das wäre so wichtig. Bro, du musst deinen Charakter mehr embrace und du, ich sag dir ehrlich, du musst wieder anfangen zu rauchen und du darfst nicht abnehmen. Du musst auf diesem Harztagfeld, musst du einfach mit so einer Fluppe im Maul rumrennen. So aufregend, ja. Nimm einfach Shisha mit. Bro, du weißt nicht, was Julia mir zu Weihnachten geschenkt hat. Eine Shisha? Nein. Bro, ich dachte, ich piss mir in die Hose. Oh nein. Also, was ist das so, das Mainly-Problem bei Shisha-Rauchen? Die Kohle. Ja. Du musst sie wechseln, Digga, die macht Dreck, Kohlenmonoxid, stinkt nach Scheiße. Es gibt jetzt eine neue Erfindung, die ist noch nicht raus, die musst du mal vorbestellen, die kommt jetzt erst nächstes Jahr. Also, du hast es noch nicht bekommen, aber du hast... Nee, aber sie hat mir ein Bild ausgedruckt mit dem, was es ist. Bro, ich dachte, also Rauch ist obviously kack und so Shit, aber ich bin halt ein Shisha-Korn-Server, was soll ich machen? Ja. Bro, die hat mir so einen Aufsatz geschenkt, der quasi den Tabak kohlefrei erhitzt. Du schließt ihn an Strom an, du hast kein Kohlegestank, du hast kein Kohlenmonoxid und so Shit. Du hast einfach nur dieses Ding, was den Tabak da drunter erhitzt. Oh, kannst du die Temperatur einstellen? Du kannst einstellen, wie sehr dir das erhitzt und so. Und normalerweise, du rauchst eine Stunde Shisha, dann ist die Kohle tot, dann kannst du ihn in der Shisha-Bar nochmal nachlegen und so einen Kopf mit Tabak kannst du zwei Stunden smoken. So, aber du musst halt... Digga, ich habe noch niemanden gesehen, der zu Hause Kohle nachlegt. Habe ich nie gemacht. Ich setze mich auf den Balkon, rauche eine Shisha so eine Dreiviertelstunde, dann ist die Kohle aus und dann eine Hälfte Tabak verschwendet, aber ich lasse sie aus. Aber dann hängt... Ist das so kabellos oder wie ist das? Ne, mit Kabel. Okay, also da hängt immer ein Kabel an. Ja, muss man halt gucken. Ich hoffe, das Kabel ist lang genug, aber das ist halt richtig geil, Digga. Da habe ich mich for real drüber gefreut, das ist ein krankes Geschenk. Dummer Raucher, Alter. Ja, aber was ist das für eine krasse Erfindung? Ja, hätte man auch vorher drauf kommen können, war irgendwie? Ja, das ist... Aber das wärst du dann jemand, weil wahrscheinlich sagen viele Leute und ich weiß nicht, ob jetzt viele Leute bei uns zugucken, die auch Shisha-Konnoisseurs sind. Ich glaube, manche Leute würden das nicht benutzen, weil sie denken, das ist dann fake. Oder das ist nicht mehr dieses Shisha-Genuss-Ding. Ja, aber so passt es mir nicht drin. Da gehört einfach Kohle da drauf und diese ganzen... Ja, da bin ich aber nicht drin. Also ich finde Kohle, man... Also es gibt so einen Shisha-Typ, der hat sich komplett sein ganzes... Der macht das for a living, der hat so einen Shisha-Kanal, der hat so 205 im Hintergrund. Ja, Alter. Digga, das ist für Leute so eine richtige... Wie für so ein Silvester-Arzt-Feuerwerk. Das ist so eine richtige Lebenseinstellung, Bro. Und ich habe mir mit Julia so ein Tutorial darüber angeguckt, wie er das so benutzt hat und wie er das so gerated hat. Okay, geil, ja. Und er meint so, also er hat noch nie so ein unverfälschtes Geschmackserlebnis gehabt. Okay. Keine Ahnung, also ich bin jetzt... Aber ich rauche auch sehr, sehr... Also mittlerweile, ich rauche alle zwei Wochen vielleicht einen Pfeifen, wenn es hochkommt. Okay. Oder zwei. So in zwei Wochen zwei Pfeifen, so. Keine Ahnung. Und ich hatte ja immer mit meiner Freundin so diese elendige lange Diskussion mit in der Wohnung rauchen. Und für mich ging es nachher gar nicht mehr darum, so dieses Shisha in der Wohnung rauchen. Da bin ich jetzt gespannt, ob du jetzt in der Wohnung rauchen darfst. Darf ich? Theoretisch darf ich jetzt. Echt? Ich habe jetzt offiziell die Erlaubnis gekriegt. Okay, krass. Und das Ding ist, und jetzt ist eigentlich für mich aber der Reiz weg, in der Wohnung zu rauchen, weil ich es jetzt darf. Okay. Jetzt will ich es eigentlich gar nicht mehr. Jetzt kannst du den Feuerdrachen, den Haustrachen nicht mehr durch die Wohnung scheuchen. Ja, jetzt... Das ist irgendwie keine Ahnung. Aber ich finde das geil. Ich werde das ausprobieren. Und mal gucken, das fand ich ein sehr cooles Geschenk. Und ich habe diesen Autistenball von meinen Eltern zu Weihnachten gekriegt, dieses... Äh, von meiner Schwester. Den kennst du den aus der Werbung? Ja. Da ist ein Propeller drin. Ja. Und man kann ihn so werfen und dann kommt er wieder zurück. Digga, dass deine Schwester dir sowas schenkt, hätte ich schon fast gedacht. Ja, ja. Ich bin auch krank, gerade er essmäßig unterwegs. Bro, ich war jetzt über die Weihnachtszeit und so, war ich in der Heimat. Geil. Und es tat gut, es war geil, aber no joke, ich glaube länger als 3, 4 Tage oder 4, 5 Tage war ich jetzt da, kann ich es nicht. Es war so, bro, es war schön, aber es war so depressing. Also es war... Ja, lass mal generell drüber reden, wieso die Feiertage waren und so steht. Das ist geil. Ja, lass aber da kurz nur so anstehen. Also ich bin halt am 24. mit dem Zug da hingefahren. Ja. Hinfahrt war übergeil. Ich weiß nicht warum, es waren erstaunlich viele Asiaten bei mir im Zug. Und ich weiß nicht, warum das so war. Ja, es waren legit nur asiatische Leute bei mir im Chat, Menschen. Äh, im Zug. Scheiße, du bist ja süchtig nach Twitch. Ich weiß nicht, ist das so ein Ding? Ich weiß es nicht. Also es war geil. Machen die so vielleicht Urlaub oder so? Oder keine Ahnung. Auch einfach, I don't know. Ich kenne mich mit der Kultur nicht so aus, vielleicht ist Weihnachten da irgendwie was anderes oder so, dass die... Keine Ahnung, Bro. Also es sind auf jeden Fall enorm viele Leute in den Osten gefahren. Okay. Das war schon crazy. Und ich bin die ganze Zeit die Nase zugehalten, dass ich keinen Corona kriege. So, Cancel-Counter ist jetzt auch im Podcast hier drin. Ich distanziere mich meilenweit. Jo, jo. Ähm, seitdem man nicht mehr mit Maske fahren muss, halte ich mir mal die Nase zu. Aber mit Maske möchte ich trotzdem mehr fahren. Oh, da ist vom Start erfunden. Ja, ja. Gab's gar nicht. Tauben gibt's nicht. Die da oben. Ähm, ja. Und, ja, ich war dann halt da und erst mal so begrüßt meine Eltern und so kurz gechillt so, ne, dann haben wir erst mal so einen kleinen Prosecco getrunken. Geil. Und, ähm, ja, dann haben wir so die Weihnachtstage einfach eingeläutet. Das war immer ein sehr spätes Aufstehen, entspanntes Haben und Guten. Und, ja, wir haben so ein bisschen gegessen und reminisced und ein paar so Brettspiele gespielt. Dann waren wir bei den Großeltern. Ähm, ja. Ja, und wir hatten, bro, diese, das ist immer so draining, die Familie stirbt halt einfach. Weißt du, ich meine, so die Weihnachten, die Weihnachten sind nicht mehr gleich so. Also, ich meine, bro, vor drei Jahren noch, da waren, da war Weihnachten richtig geil. Da weiß ich immer noch, Digga, da waren, ich weiß nicht, wie das passiert ist, Alter. Wir waren bei, meine Oma hat ein fettes Haus, ne, und da sind wir mal hingegangen. Ja, und haben wir auch mal im Podcast in irgendeiner Weihnachtsfolge drüber geredet, glaube ich, dass du auch so erzählt hast, dass das immer bei deiner Oma war. Ja, das war bei meiner Oma und es war dann immer so. Die geile Sau, die geile Fick-Sau. Soll ich darüber sagen, bro, meine Oma ist wirklich eine Legende. Ich muss dir nachher mal ein Bild zeigen, es ist wirklich eine verfickte Legende. Und leider habe ich sie auch viel zu spät kennengelernt. Deine Oma? Also, natürlich nicht kennengelernt im platonischen Sinn, aber ich habe wirklich wenig mit der eigentlich zu tun gehabt. Es war immer als Kind, habe ich. Ist sie dood? Ne, die lebt noch. Oh, gut. Aber deswegen, jetzt bin ich so voll mit der am viben, so wirklich, wir haben so gute Gespräche und die ist so voll auf meiner Wave und so scheiße. Ja, check ich. Aber das war irgendwie vorher nicht so, da war das irgendwie ein ganz anderes Thema. Ich weiß nicht. Ja, und dann haben wir da, früher war das immer so, dann sind, die Schwester von meinem Vater ist noch drüber gekommen mit ihrer Familie. Da war auch ein Kind oder damals halt Kind, mit dem ich befreundet war. Die Nachbarn von meiner Oma kamen noch drüber. Dann kamen noch Freunde von meinem Dad, weil das ja sich überschnitten hat mit dem Geburtstag von meinem Dad. Und das war eine so riesige, bunte, wohlig warme Masse da. Geil, Digga. Da stand immer ein fetter Weihnachtsbaum im Wohnzimmer und Lichterketten. Und Digga, jetzt kommen wir da an. Es ist alles dunkel, riecht verraucht, weil meine Oma ist wirklich ein Kettenraucher. Wie alt ist sie? Boah, ich glaube jetzt echt fast an die 90, vielleicht sogar schon überrascht. Oder in dem Alter, glaube ich, wo ich auch quasi was erzeugen hätte. Ich glaube, wenn ich ein gewisses Alter erreicht habe, werde ich mir so eine Pfeife holen. Ja, ich check das mal. Das ist geil. Das ist der Speedrun zu Death, so eine Pfeife. Jo, so Maulhöhlenkrebs. Also es ist halt so, alle Lichter waren aus. Sie liegt im Wohnzimmer an ihrem Beatmungsgerät so mäßig. Boah, das ist so. Digga, das ist ein trauriger Anblick, weil du dir so überlegst, boah, das war so alles in warmes Licht getaucht. Ja, es ist alles so. Der Fernseher ist auf diese, weißt du, der Fernseher ist so einen Tick zu laut geschalten, sodass sie das noch hört. Und sie muss halt so Sauerstoff atmen, über eine gewisse Zeit so puren Sauerstoff. Ja. Und dann kann sie wieder ein bisschen atmen und rauchen. Musst du die Kippen-Hard-Counter damit? Ja, ja, ja. Bruder. Ich weiß nicht, aber es ist immer so, jetzt ist es halt so, wir sind da auch immer nur so anderthalb Stunden oder zwei Stunden, weil das länger einfach nicht geht. Weil sie muss ja dann wieder an Sauerstoff und was auch immer da machen. Aber Bro, und dann kommt dieser eine rührte Onkel noch rüber, der immer noch das N-Wort sagt und diese ganze Geschichte. Oh, ist das bei euch so ein Ding, das ist so dieses Familien-Ding? Wir haben so eine Based-Familie eigentlich. Das tut mir richtig leid, so wenn ich so auf Twitter das lese. Ey, das ist zum Glück so, das bleibt mir erspart so. Ja, also das ist so. Bei dir sagen alle noch N-Wort, ne? Da bleibt dieser eine weirde raus. Aus deinem scheiß Dorf da. Ja, aber bei uns ist der weird, der das nicht sagt. Ja. Ob wir es nicht so. Meine Fam ist da sehr entspannt so. Ich weiß nicht, wir reden so, eigentlich meine Familie freut sich so, dass ich da bin. So, und dann ist halt einfach chillen. Aber ich check, was du meinst, ja. Ich glaube, bei mir in der Familie sind alle dood, die so drauf waren. Jo. Oder man hat keinen Kontakt mehr mit denen irgendwie. Aber meine Familie ist sowieso nur richtig. Sitzen alle im Knast. Ja, früher, früher saßen sehr viele im Knast. Aber eher väterlicherseits. Ja, die von meiner Mom, die waren eigentlich immer alle entspannt. Echt? Äh, aber wir haben auch wenig Kontakt zu der Familie. Also ich finde, äh, okay, jetzt muss ich vorsichtig sein. Ich finde die meisten nicht so cool. Also ich habe mit den meisten nicht so viel Kontakt. Aus deiner Familie? Ja. Bei mir ist halt einfach wirklich nur meine Eltern, meine Schwester und meine Oma. Ja. So ab und zu nochmal, äh, Tante, mütterlicherseits. Mhm. Das, aber das war es dann auch. Mhm. Und die sieht man dann auch vielleicht ein, zweimal im Jahr für eine halbe Stunde. Ja. Reicht auch wieder. Ja, reicht auch. Ey, for real, so ein Jahr, so eine Woche Weihnachten reicht mir da wirklich. Ja, ist geil. So, ich liebe meine Eltern über alles, aber ich bin dann auch froh, wenn man dann wieder zu Hause ist, mäßig, ja. Bro, ich, du weißt, ich habe diese Probleme mit diesem Veganismus, ne? Das ist wirklich schwierig gewesen. Wir haben, meine Eltern haben sich so richtig, oh mein Gott. Meine Eltern haben so richtig so, 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 so eine, so eine Gaststätte gemietet für das Weihnachtsessen und wir reminiscen dann da so hin und ich denke so, ja, meine Eltern haben natürlich drauf geachtet, ne? Und für meine Eltern, weißt du, was für meine Eltern vegan ist? Halt mal fucking, ach no, so, 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 so Lachssalat. Da denken die, das ist vegan, so. Also, die, mein Vater ist da so, ne? Boah, du hast so richtig so eine Klassiker-Familie. Ja, wie gesagt, eigentlich gar nicht. Mein Vater ist so voll auch auf dem veganen Trip eigentlich. Also, als ich damit zu Hause angefangen habe, der hat sich so voll gefügt und meine Mom ist so ein bisschen auf diesem Ding so, ja, einmal, einmal im Monat ein gutes Stück Fleisch, da wird schon nichts schief gehen und den Käse, den mag ich auch ganz gern. Da habe ich es aufgegeben, aber im Sinne von, weißt du, ich komme dann so in diese Gaststätte und blätter auf und da ist wirklich, nee, es sind wirklich diese klassischen Weihnachtsgerichte standen da drauf. Ja. So Ente, Gänsebraten, diese ganzen Geschichten. Bratensauce. Und ich meinte dann so zu ihm, was ist bei euch vegan, ne? Und ich hasse das eigentlich so zu fragen, weil du wirkst halt wie jemand, der das so trendmäßig macht. Der das neu entdeckt hat. Und der das so erzählen muss, dass er veganer ist. Eben, aber ich esse es ja, ich bin ja wirklich vegan, so. Aber du erzählst es auch vielen Leuten. Ja, schon. Du erzählst es auch vielen. Ich fühle mich halt für einen besseren Mensch einfach. Ja, ja. Und der guckt mich dann so mit großen Augen an und sagt so, das ist jetzt hier Weihnachtsessen, das ist hier klar. Und ich aber so, ich weißt du, ich lege mich dann mit den Leuten nicht an, so. Ich lache dann immer so. Aber die sind so hängen geblieben, so ein bisschen. Ja, ich weiß, ich mache dann schon immer so, ich sage dann so gesagt, ja, sorry, mit mir ist ein bisschen schwierig, weißt du, dass ich das so ein bisschen. Aber gut geplayt. Sehr gut geplayt, stark. Und weil ich habe ja keinen Bekaufstress an Weihnachten. Nein, früh nicht, früh nicht. Und dann habe ich, ich bin abgeendet mit einer großen Tomatensuppe und Pommes mit Ketchup. Ja, das war das Einzige, was da vegan war. Wait, das hast du in dem Laden gegessen? Ich dachte, das hast du ja zu Hause gemacht. Nee. Nee, das war in dem Restaurant. So, als wenn du dir das so zu Hause einfach zusammengepanscht hast. Nein, nein, nein. Ach man, ja, das ist halt, das ist es. So, ich check das schon. Aber ich finde so im Jahr 23, äh, Digga, musst du halt auf, also auf jeder Karte zwei, drei vegane Alternativen haben. Ja, musst du. Frank Rosin hat es gepraised und das ist auch einfach so. Also egal, in was, in was für einer, ich meine, gut, wenn du jetzt in so einer Dorfküche oder so bist, ja, check ich. Es gibt halt Geolokationen, wo du, glaube ich, mehr Umsatz machst, wenn du nichts Veganes hast, weil dann kriegst du dieses ganze rechte Volk zu dir, die halt so sagen, Fleisch muss in jedem Gericht sein. Digga, aber das check, wie kann man so eine Nahrungseinstellung, Nahrungsaufnahmeeinstellung, wie kann man das? Rechts übrigens sehr platonisch. Leute, die Fleisch isst uns nicht rechts, aber ihr wisst, was ich meine. Wie kann man das zu so einem politischen Ding machen? Ich check das nicht so. Entweder du frisst halt Fleisch, wenn du Bock drauf hast, oder du lässt es halt. Ja, genau. Aber so weißt du, es gibt so 100 Prozent, in ländlichen Regionen gibt es 100 Prozent so Gaststätten, wo es besser läuft, weil die nichts Veganes haben. Kann sein, ja. So, aber rein theoretisch so in suburbane Geschichten oder generell so Städte, bro, da muss jedes Restaurant muss eine vegane Karte irgendwas haben. Man bringt sich auch keinen Zacken aus der Krone. Bro, das ist so einfach. Also ich finde, es gibt für mich so nichts Nervigeres, aber ich finde, das geht in beide Richtungen. Es gibt für mich nichts Nervigeres, als wenn, gar keine Ahnung, du postest so dein Weihnachtsessen so einfach, weil ich es cool finde und ich will die Leute so daran teilhaben. So ich poste das nicht, um den Leuten zu sagen, ey, guck mal, XD, ich esse Fleisch, scheiß Tiere, sondern einfach, bro, ich denke da nicht drüber nach. Und dann schreiben mir so drei Leute, ey, wieso isst du denn da totes Tier und so. Das geht mir auf den Sack, fack mich doch nicht ab. Ja, check ich, aber ich finde, dieses Extreme, dieses Veganer-Sein und das allem, ey, du bist scheiße, weil du Fleisch bist, finde ich genauso kacke, wie Leute, die dann bei irgendwelchen Veganern unter die Tweets schreiben, höhö, darauf erst mal ein Steak, ich esse so viel Fleisch, dass dein Veganer-Sein unnötig ist. Ich check den Vibe, ich glaube, Vegan-Sein kriegst du, oder Vegan, dass du das verinnerlicht, kriegst du nur hin, wenn du selber davon überzeugt bist und das verstehst. Was ich halt traurig finde, ist... Das schweifle ich auch gar nicht an. Mich nervt es bloß halt, wenn man da direkt so ein Ding ausmacht, ja, du postest jetzt Fleisch, weil du findest es cool, dass das Tier tot ist. Na, ich finde einfach das Essen lecker und freue mich drüber. I don't know, ich meine, rational, und wir müssen da jetzt nicht drauf eingehen, so, aber rational hast du da halt ein totes Tier gepostet. Und ich glaube, vielen Leuten stößt das einfach mittlerweile so zu Recht auch auf. Ich bin aber auch niemand, der jetzt irgendwo... Ja, dann tut es mir leid für die Leute, so, ich will da auch gar keinen Fass drauf aufmachen. Ich sage einfach nur, ich finde es in beide Richtungen nervig. Ich finde es nervig, wenn man einem einfach ständig damit aufmerksam geht, was man frisst. Du kommst halt niemandem, du wirst jetzt nicht vegan, weil das jemand dir schreibt. Weißt du, ich meine, das ist so, ich weiß nicht, bei mir ist das so, ich habe das aufgegeben, mit Leuten Grundsatzdiskussionen zu führen, so, bro, ich weiß nicht, entweder die Leute essen lassen oder die essen es nicht. Ja, finde ich auch so. Was ich persönlich immer so ein bisschen... Aber ich habe Mad-Respekt, um das nochmal so, ich habe Mad-Respekt vor Leuten, die das machen. Also ich finde, das ist eine sehr, sehr geile Sache. Ich finde das eine sehr gute Sache. Aber das ist so, weißt du, das ist, wir müssen da kurz einhaken, aber wir müssen nicht weiter ausführen. Ich finde Leute, die das sagen, wie du das jetzt sagst, ich finde das so, auf diese Art und Weise peinlich oder so, ich kann das den Leuten nicht glauben, weil wie kann man denn halt sagen, also mich würde interessieren, warum du das sagst. Ich finde das ist eine geile Sache, aber ich bin zu gemütlich. Ich habe das Respekt, das ist eine geile Sache, aber ich mache es nicht. Wie ist das dann für dich eine geile Sache? Ja, weil ich es einfach eine geile Sache finde, wenn Leute sagen, ey, aus Gründen dem Tier gegenüber mache ich es nicht. Ich finde das stark, wenn man das... Also ich glaube, das ist schon eine krasse Umstellung vom Fleischessen. So, ich habe da einfach Respekt vor, wenn Leute das machen, aber dann, ich sage da auch bei mir ehrlich, Digga, ich bin zu... Wie nennt man das, wenn man so nicht alteingesessen, sondern einfach zu dran gewöhnt. Für mich ist das so, ich mache das jetzt mein Leben lang so, ich mag Fleisch und das habe ich auch schon mal irgendwann im Podcast gesagt, das ist wahrscheinlich auch keine gute Lebenseinstellung, aber ich habe auch oft einfach so Tunnelblick an, ich mache mir das Leben einfach gerne so einfach wie möglich. Das ist so vielleicht keine gute Charaktereigenschaft. Digga, aber ich, wie gesagt, also ich bin da eigentlich relativ einfach unterwegs. Wer Bock hat, Fleisch zu essen, mach es. Wer es lässt, lässt es halt. Ich finde es trotzdem cool, wenn man da irgendwie drauf achtet und wenn man gesagt hat, weil es einfach eine krasse Lebensumstellung ist, so weißt du. Ja. Das ist einfach eine Sache, dafür entscheidet man sich, das zieht man durch und das finde ich cool, ich mache es halt nicht. Ah, okay. Ich gehe da obvieslich in eine ganz andere Richtung, da könnte man jetzt wirklich Diskussionen führen. Ah, das war gleich ein bisschen, vielleicht nein. Aber lass nicht, ich finde das wirklich einfach anstrengend. Aber weißt du, vielleicht ist das auch gut, weil sowas wird halt tatsächlich nie aufhören. So eine Dingsdiskussion? Auf jeden Fall nicht. Ich diskutiere da einfach nicht. Das wird immer mehr. Wenn Leute mich wirklich abfacken permanent, damit blockiere ich die einfach. Echt? Ja. Krass. Oder ich ignoriere es einfach, weil es mich einfach nervt. Ja, ich ignoriere es einfach auch. Ich weiß nicht, ich glaube fest daran, dass der Punkt kommen wird, wo du auch kein Fleisch mehr isst. Kann sein. Also ich halte es auch nicht für unwahrscheinlich so, aber das ist so, wie du meinst. Aber du würdest ein Tier auch ficken, ne? Also im Sinne von, du tötest, du würdest auch ein Tier töten. Ne, könnte ich nicht. Ich esse vielleicht, aber ich hätte nicht ja essen. Dann musst du aufhören, Fleisch zu essen. Hell, na, man. Ich kann mir das nicht mal angucken. Ich sag das so. Ich könnte mir niemals dieses Dominion angucken. Das ist das, was ich gerade sagen wollte. Ich finde das so, das ist so für mich so das Peinlichste irgendwie, was es gibt in dieser ganzen Debatte. Dass das so ein ignorantes, so ein ignorantes Vorhaben ist, Fleisch zu essen und den ganzen Scheiß, der problematisch ist, wegzuschieben. Weil bei dir ist es ja so, du hast ja verstanden, dass es problematisch ist, dass die Tiere gequält werden oder getötet werden oder du kannst es dir nicht mal angucken. Und trotzdem isst du das so, ich finde das super ignorant. Aber wie gesagt, man kann halt beim Kauf drauf achten, so was für Fleisch, was für Eier und so. Ja, das ist trotzdem ein totes Tier. Aber wie gesagt, ganz anderes Themengebiet, das ist jetzt auch nicht so dieser politische Inhalt hier. Ich weiß nicht, ich finde einfach, Fleisch ist das nicht so. Ich glaube, bei mir ist es auch auf dem Gebiet, ich könnte niemanden daten, der Fleisch isst. Ich könnte das, ich werde daraus, weil es ist eine Grundsache. Ich bin da einfach unkompliziert, mir ist das völlig egal, was er isst. Ich bin auch unkompliziert, einfach kein Fleisch essen. Ja, ist ja okay, kannst du ja auch machen. Ja, I don't know, ich wollte gerade noch irgendwas sagen, was war denn das? Ach ja, genau, du könntest kein Tier töten, wenn es drauf ankommt. Auch nicht, wenn es drauf ankommt. Ich habe einmal dieses, als ich damals geangelt habe, diese Fish-Story, ich erzähle die zwar so als Witz, aber das habe ich fertig gemacht damals. Nee. Ja, ich glaube, ich könnte das sogar. Je mehr ich drüber nachdenke, ich habe mir alles angeguckt, Dominion, Earthlings, diese ganzen Geschichten, und ich habe das halt angeguckt und habe auch so zurückgespult, weil ich nicht fassen konnte, was da passiert und shit. Aber ich glaube, ich könnte, wenn ich jetzt, wenn es drauf ankommen würde, könnte ich ein Tier töten. Meinst du? Ja. Ja, aber es kommt aber darauf an, in welcher Situation. Digga, was ist das für ein Talk gerade? Wieso reden wir darüber? Ich weiß nicht. Was ist das für eine Situation? So Seven vs. Wild mäßig? Seven vs. Wild, wenn ich halt verhungere. Also zum Beispiel, kennst du dieses Video, wo so diese eine in der Fußgängerzone ist und so eine Ziege, die geht so zu Passant und sagt so, yo, essen Sie Fleisch? Die sagen so, yo, komm mal mit, tötet jetzt die Ziege. Kennst du das? Könnte ich nicht, könnte ich niemals. Also meine Mom und mein Dad, die mussten früher von ihren Eltern so die Hasen umbringen, damit sie die essen konnten. So könnte ich nicht. Ja. Ich glaube, also ich glaube... Aber vielleicht bin ich... Ey, Digga, und das gebe ich auch zu. Also ich bin da auf jeden Fall Illusion, ich verschließe da schon die Augen vor. So, aber ich... Ja, ich glaube, wenn du das so einsiehst, dann bist du auf jeden Fall auf dem Weg, dass du irgendwann kein Fleisch mehr isst. Irgendwann, Digga, ich glaube, ich bin auch fest davon überzeugt, dass Fleisch in, ja, schon in naher Zukunft so, sag ich mal, Zeitspanne fünf Jahre nicht mehr wirklich bezahlbar wird. Kann sein, ja. Ich glaube, dann entscheide ich schon. Ich sage da niemals nein. Ich finde bloß, also für mich war einfach, ich hatte auch gar keinen Bock, dass das so tiefgreifen wird. Also meine Aussage war einfach, ich finde es einfach nervig, dass viele Leute, egal in welche Richtung, immer irgendwen was aufzwängen wollen, so. Egal. Ich finde es einfach nervig, Bruder. So, das ist genau wie bei diesem Feuerwerksding. Digga, ich finde Feuerwerk auch peinlich, so. Oder was heißt, nicht mal peinlich, so, ich check schon, dass es irgendwie ein Hobby von Leuten ist. Und ich fand es als Kind auch super geil, mit meinem Dad so Feuerwerk zu kaufen und so. Das war wirklich geil. Ich habe das richtig enjoyed. Aber ich bin jetzt 25, so, ich freue mich an Silvester. Also jetzt ist Silvester ja vorbei. Aber ich freue mich an Silvester einfach auf Raclette und einfach irgendwie mit Homies was trinken, ein bisschen labern, so. Also ich habe mir weder eine Batterie gekauft, ich habe mir nicht mal Wunderkerzen gekauft, so. Und ich finde es auch cringe, wenn Leute so um fucking fünf Uhr vor Lidl campen und da ist eine 300 Meter lange Schlange, weil es ist scheiße für die Umwelt. Digga, ich habe Videos gesehen. Da schießen irgendwelche Vollidioten-Krankenwagen mit Raketen ab und es ist scheiße für die Tiere. Unsere Hunde zu Hause, Digga, ich dachte, die kriegen jedes Jahr einen Herzinfarkt. Aber ich finde es auch irgendwie cringe, wenn man jetzt so permanent darauf rumreinnt, das sind alles Vollidioten und nicht knallen, nicht knallen, 50.000 Tweets, finde ich genauso peinlich irgendwie. Ich finde alles, in jede Richtung, was so extrem ist, finde ich einfach kacke, Digga. Digga, das ist auch wild. Du bist ja eher so auch Anti-Feuerer-Mäsel. Also ich muss sagen, ich ergötze mich einfach daran und ich finde das wirklich witzig. Ich weiß nicht, ob mich das zu einem Hurensohn macht, zu einem nervigen Mensch, wahrscheinlich schon nervig. Ich finde diese politischen Themen, zu denen es, wenn man sich damit beschäftigt, nur eine richtige, rational richtige Meinung gibt. Und rational richtig ist bei solchen Sachen halt eben sehr schwer zu definieren, würde ich sagen, obwohl es rational ist. Aber zum Beispiel Veganismus, finde ich, es gibt nur eine richtige Meinung, wenn man sich damit beschäftigt, irgendwie. So, ne? Es ist, wir sind auf diesem Standard, wir brauchen kein Fleisch, wir können so überleben und ich persönlich liebe Tiere und ich, es gibt einfach keinen Grund, Fleisch zu essen. Punkt, so, ne? Also für mich. Ja. Rational irgendwie. So, wenn man sich damit beschäftigt. Ich muss ehrlich sagen, bei mir ist einfach auch das Problem, ich kann zu vielen Dingen einfach gar keine fundierte Meinung haben, weil ich... Zu wenig dich beschäftigt. Ja, ich lebe wirklich, also auch wenn jemand jetzt zum Beispiel irgendwie politisch im Stream nach meiner Meinung fragen würde, so Veganismus-Debatten oder so, könnte ich gar nicht führen, weil ich viel zu wenig fundamentiertes Wissen habe und weil ich mich einfach nicht damit beschäftige. Irgendwo liegt es auch an Lebensumständen, in dem Moment, wo dich das erreicht. Weil ich glaube, ich wäre auf jeden Fall viel später vegetarisch geworden oder vegan, hätte ich damals nicht Panik gehabt, dass ich selber krank wäre durch diesen McDonalds-Inzident. Ja, OGs wissen die Story. Genau, also das heißt, ich bin initial vegetarisch geworden wegen egoistischen eigenen Gründen und habe mich dann danach erst damit beschäftigt, warum das gut ist. Wenn ich mich vorher damit erst beschäftigt habe, hätte ich wahrscheinlich auch keinen Bock drauf gehabt, weil ich hätte gesagt, mir geht es doch gerade gut, ich esse halt Fleisch. Ja. So, was soll ich mich damit beschäftigen? Ach, Digga, aber manchmal nervt mich das auch. So damals, wo ich, also ich habe ja auch so eine, haben wir auch schon oft drüber geredet, nur ganz kurz, da kannst du weitererzählen. Ich habe ja auch so Meinungsblogs und so früher gemacht. Ja. Und ich konnte mal richtig gut diskutieren. Mittlerweile, erstens habe ich die Kraft nicht. Also wenn wir jetzt so diese, zum Beispiel diese Veganismus-Diskussion und so, ich sage so mein Statement dazu und so safe, du hast viele, du hast so krasse Argumente, du beschäftigst dich ja auch viel damit. Und ich habe so in meinem Kopf Sachen, die ich gerne worden würde, ich kann es aber irgendwie nicht. Ja. Und dann denke ich mir so, ach Digga, eigentlich habe ich auch gar keinen Bock drauf zu diskutieren. Dann sage ich einfach so, ja, ist okay. Das ist irgendwie kacke. Diese Diskussionskultur kann ich nicht mehr. Ich finde, ich habe mich irgendwie daran gewöhnt, den ganzen Tag einfach nur scheiße zu labern. Vielleicht nicht schlecht, weißt du, sonst fällst du da in alte Meinungsblogger-Muster. Aber ich habe mir angewöhnt, einfach, dass ich einfach, wenn ich zu irgendwas keine Ahnung habe, ich halte einfach meinen Maul. Ich glaube, da fährt man, ich finde es besser, einfach seinen Maul zu halten, wenn man keine fundierte Meinung hat, als scheiße zu labern. Ich scheiße auch nicht zu allem jedes, zu jedem alles meine ich. Aber um jetzt weiter, um die Geschichte eigentlich weiter zu bringen, um von diesem Veganismus-Thema mal wegzukommen, esst kein Fleisch vor, ne, ist das so bei Silvester, ich finde das so affenpeinlich. Und ich muss dir ehrlich sagen, ich verstehe, wie du schon gesagt hast, ich verstehe, und das, ne, jetzt ist kurz der Moral-Felix aus, so, der, der, ich bin jetzt mal wirklich, ich keep es kurz mal wirklich one Billy mit dir, okay? Okay. Diese, ich verstehe, warum das für diese Leute eine so große Faszination ist. Diese, allein das Branding von den Packungen ist so schlecht. Es gab ein Paket mit Minecraft-Font. Was? Es gibt, es gibt so eine Batterie-Verpackung. Echt jetzt? Die hat eine Minecraft-Font, ja. Ah, krass. Double Deck oder so. Aber ich verstehe, es ist halt, alles ist so eine schlechte CI. Es ist alles, es ist alles dieses Neongelb, Pink und überall steht irgendwie der Pyro-Kracher. Crazy-Kracher, das, ich hab ein, ich hab ein Tweet abgesendet, wo drauf steht, Ausländer, Ausländerchen rausknaller, nach deutscher Tradition, ich fand das so affenwitzig. Und da hab ich geschrieben, Silvester-Fans haben diese. Das ist so Mim, dass so, das so, das ist wie bei diesem Fleisch-Ess-Thema, dass so auch Leute, die knallen, recht sind. Ja, ja. Aber warum geht das alles immer in so eine politische Richtung? Ich check das für mich nicht. Weil das ist so dieses, das ist alles Umweltsachen und die Klimaleugner-Sachen und die biegen sich das alles hin und wir haben dann halt so, weil ich am Anfang wissen wollte, was sind das für Menschen, hab ich so eingegeben, äh, Silvester-Einkaufstouren, ne. Und bro, ich konnte das nicht fassen, was da teilweise für Hinterwäldler sind. Wirklich, da sind so Leute, die geben sich, die reichen sich so die Hände und die sagen, in diesem YouTube-Video sagen die so, ja, jetzt müssen wir aufhören, sonst wird das schwul. Und der andere sagt dann, ha, gay. Der ist einfach ein lebender Instant-Button. Jetzt, jetzt in diesem Aktion? Ja, ja, ja. Okay, das ist crazy. Und, äh, und dann, ähm, bro, jede, alle haben so diese Montana Black, äh, Rettungsschwimmer-Beats im Hintergrund und alle haben, was jetzt nicht, also ne, ich will jetzt nicht damit sagen, dass, dass dieses Montana Black eine rechte Richtung ist oder so, aber im Sinne von, das ist alles, ich weiß genau, die, bei denen steht die Zeit still und dann sagen die, alle No-Jog auch oft, es gibt einen Kanal, der heißt, ich weiß nicht, irgendwas mit Adler, keine Ahnung, und der sagt legit, der Adler grüßt euch am Anfang und dann sagt der so, ja, ähm, da hat der ein Video gemacht, das hieß, das gendergerechte Video über Silvester. Und dann hat der so ne gepitchte Stimme und sagt am Anfang, ja, der Adler grüßt euch und das Video hier, ja, die da oben, ich mach das jetzt mal so, dass das auch bei den allen ankommt und, ja, Silvester ist ganz schlimm, weißt du, der macht sich so voll darüber lustig, aber so schlecht. Ah, okay. Und dann kommt ganz, ganz schnell dieser rechte Vibe, dass diese Leute, die halt so unglaublich krass auf diese Silvestersachen beruhen oder die meisten, und ich glaube, das macht halt vieles dann davon schlecht, so diese Hashtag Greta-Leute sind und deswegen hab ich auch diesen Tweet gezündet, so dieses Greta Thunberg, den Klimawandel gibt's nicht und wir sollen Fleisch essen und wir essen Fleisch, trinken Bier und wir knallen und der Börder. Ja, guck mal, sowas finde ich zum Beispiel auch Todeskritik, dieses, ja, ich lass mir das Fleisch essen nicht verbieten und sowas, das ist schon wieder so eine extreme Richtung, die ich als jemand, der Fleisch isst, halt auch cringe finde. Ja. Ich find das einfach so, sich da drüber so zu identifizieren, ist halt einfach cringe. Ja. Aber ich hab mir auch diese Silvester-Videos angeguckt, Digga, ich check voll den Reiz, ich check auch, dass Leute Bock haben zu böllern und so, ich hab halt für mich, ich mach das aber auch schon seit Jahren nicht mehr, ich hab halt für mich gesagt, ich mach's nicht, weil's mich nicht juckt, Digga, aber wenn ich seh, dass Leute dafür 600 Euro irgendwie ihr Geld anzünden. Guck mal, das ist dann, das kann man, das Argument, was die dann bringen und no joke, mir ist es wirklich scheißegal, ob ich Pyrofans hab, die mich jetzt hassen oder es ist mir wirklich scheißegal, Digga, ich könnte da wirklich gar keinen Fick drauf geben, weil ich glaube, wenn man so eine Meinung zu irgendwas hat, dann muss man da auch so sustain und shit. Ich glaube nicht, dass jeder ein Idiot ist, der knallt, aber ich glaube, dass es einfach eine idiotische Sache ist, zu machen. Eine sehr ignorante Sache auch, weil ich glaube, niemand, der wirklich sagen kann, ich glaube wirklich niemand, der nicht vegan ist und an Silvester auch knallt, kann von sich sagen, er liebt Tiere oder ist Tierfreund. Du weißt halt einfach, und man blendet das aus, du weißt, du fickst Tiere, vor allem, wenn du in städtischen Gebieten wohnst und ländlich wahrscheinlich noch mehr, weil da einfach viele Hunde auch draußen rumlaufen, was weiß ich, vielleicht hoffentlich nicht an Silvester, aber so, du weißt, was ich meine. Und für mich ist... Ich höre auch viele Wildfüchse und so, shit. Ja, auch Wildtiere, ja. Es geht mal nicht nur um Haustiere, aber so, ja, da hast du... Ja, aber das finde ich hart zu sagen, also so, ich esse Fleisch, ich liebe trotzdem unsere Hunde und so, also das finde ich jetzt immer auch eine schienaussage. Du kannst Tiere nicht lieben, wenn du... Ja, nicht alle auf jeden Fall. Dann differenziert man krass durch Haustiere und so. Ja, Digga, aber das sind immer so Aussagen, also das ist völlig kacke. Das ist aber die Wahrheit. Nein, also ich liebe trotzdem meine Haustiere und so. Also gut, dann habe ich vielleicht nicht die Kuh geliebt, die jetzt bei mir auf dem Teller liegt. So, das ist auch scheiße, aber immer zu sagen, ja, immer dieses, du liebst keine Tiere oder du bist Tierfeind, weil du an Silvester eine Rakete hochschießt oder Fleisch isst, völlig kacke. Ich weiß nicht, wenn du es rational betrachtest, ist es halt so, dass du kannst ja nicht... Viele, bei vielen ist es dann agree to disagree, aber du kannst... Ja, du kannst trotzdem an Silvester knallen. So, Digga, ich bin da bei dir, ich mache es auch nicht. Also ich finde es auch scheiße, weil ich weiß, es ist kacke für die Tiere, es macht Dreck wie Sau. So, aber ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, so jeder, der jetzt knallt, der hasst Tiere und ist ein scheiß Mensch. Nee, ich glaube nicht, aber der denkt nicht darüber nach. Ja, okay, das kann sein. Das ist aber Leute, die... Vielleicht ist dem das auch an dem Tag einfach egal. Ja, aber das ist doch, guck mal, das ist nicht nachhaltig. Das ist doch dieses, du kannst nichts von dir sagen, du liebst Tiere über alles und bist so eine unglaublich solidarische Person und die Tierwelt und du hast dieses eine Haustier und bla bla bla. Und dann kaufst du und gehst knallen, dann denkst du nicht konsequent über deine Handlung nach und kannst das, was du sagst, nicht ernst meinen. Dann kaufe ich dir nicht ab, dass du Tiere magst. Auch wenn man sagt, ja, bla bla bla, ich kann es dir einfach nicht glauben, weil... Ey, das ist deine Meinung, die kannst du ja auch haben. Ja, genau. Also man kann halt sagen, man kann halt sagen, dass man Tiere mag, aber ich bin der Meinung, dass Leute, die halt wirklich rachsüchtig Fleisch essen, so als hätten die Tiere, ne, du bist ja keiner von den Leuten, die wirklich zu jedem scheiß Fleisch essen. Nein, ob ich es nicht. Aber so Leute, die wirklich krass Fleisch essen und krass Silvester-Fans sind, ich finde, man sollte denen nicht abkaufen, dass die richtige Tierfreunde sind. Das ist einfach, das ist meine Meinung. Ich kann, ich kann es, ich weiß nicht, dann macht man da auch bei der Tierwelt so krasse Unterschiede von Wildtieren und Haustieren und von dressierten zu nicht dressierten und von, ja, dieses Tier, ich weiß nicht. Guck mal, guck mal, das Ding ist, also ich nehme jetzt einfach mal mich als Beispiel, weil wie gesagt, ich bin da in der Materie, ich beschäftige mich da einfach nicht mit, sag ich es dir ehrlich, wie es ist. Ja. So, ich gehe zum Beispiel weder in Zirkus, würde ich, wenn mir jetzt jemand eine Karte schenkt, würde ich nicht hingehen, ich besuche auch keine Zoos oder sowas, weil mir die Tiere da einfach leidtun und ich keinen Bock habe, sowas zu unterstützen. So, trotzdem esse ich aber Fleisch und andererseits liebe ich aber dann trotzdem meine Haustiere irgendwie. Also, ich glaube, du kannst nicht sagen, ja, du, entweder du hast alle Tiere oder. Das ist auch, das ist, also man differenziert ja. Genau, ja, also ganz, ganz, ganz rational gibt es da kein richtiges Schwarz und Weiß, würde ich sagen, weil du kannst halt deine Haustiere, du, obviously wirst du deine Haustiere nicht schlagen. Es gibt bestimmt Leute, die auf alles scheißen so. Es gibt Leute, die auf alles scheißen und ich, ich glaube aber und ich bin der Meinung, dass, also zum Beispiel jetzt, um auf diese ganze Thematik, um dieses ganze woke Scheiß so, um eins auf eins zu machen, es gibt keine richtige Schwarz und Weiß Meinung, weil ich kaufe dir persönlich als Mike, weil ich dich ja auch kenne und mit deinem besten Freund bin, ich kaufe dir ab, dass du Tiere liebst und dass deine Haustiere das bei dir gut haben und so weiter. Und ich kaufe dir auch ab, dass du niemand bist, der, weiß ich nicht, so feindlich gegenüber anderen Einstellungen ist und so weiter. So, weißt du, was ich meine? Aber ich glaube, man kommt auf diese Art und Weise irgendwo nicht weiter, bis die Leute, die das halt noch machen, irgendwo sich schlecht fühlen oder einen Grund haben, sich schlecht zu fühlen. Und du wirst dich als Mike wahrscheinlich nie schlecht fühlen, weil du diese Sachen wie diese Dominion-Filme oder diese Sachen, dass man sich damit beschäftigt, einfach nach hinten schiebst. Was für dein menschliches Wohlergehen wahrscheinlich auch besser so ist, aber du wirst es so lange halt nicht einsehen, bis irgendwann dieser Punkt kommt, wo du das irgendwie schaust oder dich damit beschäftigst. Und ich bin jetzt nicht die Partei, die als dein bester Freund dir auf den Sack geht und dir jeden Tag irgendwie Dominion schickt. Es ist okay. Ich will ja auch dein Freund sein, weißt du? Aber genau aus dem Grund sage ich halt immer, mache ich halt manchmal diese Jokes und was weiß ich. Aber um auf diese ganz basic Ebene zu gehen und so kurz mal dieses moralische ein bisschen abzulegen, ich glaube nicht, dass jeder der fleischesten schlechter Mensch ist und ich glaube auch nicht, dass jeder der an Silvester knallt ein schlechter Mensch ist. Aber irgendwo kannst du diese moralische Ebene ja nicht mehr einordnen, weil dann hast du ja gar keine Grundlage mehr zu sagen, dass das problematisch ist. Ich glaube, was einfach problematisch ist, dass diese komplette Podcast-Folge viel zu politisch geworden ist. Ich freue mich jetzt schon wieder auf die YouTube-Kommentare. Oder eigentlich habe ich gar keinen Bock, über sowas so lang und breit Podcasts zu diskutieren. Ja, ich eigentlich auch nicht. Das ist eigentlich voll der scheiß Start ins neue Jahr, Digga. Ich weiß nicht, bildet euch eure eigene Meinung, ich weiß es nicht. Ja, ich glaube, das ist ein gutes Statement, Digga. Also ich sage für mich einfach, ich respektiere jeden, außer Nazis, obviously. Warum nicht? Weil das menschenfeindliche Vollopfer sind. Ja, warum akzeptierst du keine Nazis? Oh nein, bitte, lass uns nicht wieder damit anfangen, Digga. Digga, diese Debatte, dieses 1v5, das war krass. Nein, obviously, also ich bin jemand, Digga, ich akzeptiere auch in meinem Chat so, Bruder. Da kann jeder seine Jokes machen. Alles, was halt nicht in eine menschenfeindliche Richtung geht. Ja, auf jeden Fall. Kein homophober Scheiß, kein Nazi-Scheiß, so obvious, da braucht man nicht drüber diskutieren. Aber ansonsten bin ich wirklich simpel, so. Jeder soll machen, was er will. Ich gehe keinem auf den Sack mit meiner Lebenseinstellung, Digga. Ja, und das ist für, also bis jetzt, ich bin jetzt 25, so, ich werde jetzt 26 dieses Jahr. Ich fahre sehr gut mit der Einstellung. Ich glaube, was einfach mein Problem ist so, und vielleicht muss ich da auch irgendwann nochmal dran arbeiten. Vielleicht auch nicht, vielleicht ist es auch besser so. Ich habe halt, ich kann halt zu vielen Dingen, wie zum Beispiel zu diesem Veganismus-Dingen oder so. Ich kann halt keine Debatten führen und keine krass fundierte Meinung haben, weil ich mich einfach nicht damit beschäftige. Vielleicht macht es mich ja zum schlechten Menschen, vielleicht auch nicht. Ich sage dir, wenn das der Fall sein wird, dass du dich wegen Diskussionsgrundlagen mit Veganismus beschäftigst, ich sage dir, wo sich Mike mit Veganismus beschäftigt, an dem Punkt wird er vegan. Kann sein, ja. Vielleicht wird der Tag kommen. Ich schließe das auch nicht aus. Oder at least vegetarisch, ich schwöre dir das. Kann sein. 100 Millionen Prozent. Kann sein. 100 Millionen Prozent. Aber, ähm, ja. Aber lass es abschließen jetzt auch dieses Feuerwerk-Ding. Also ich bin da, wie gesagt, ich bin da bei dir. Naja, Feuerwerk, müssen wir nochmal kurz rein. Okay, dann geh rein. Äh, ich glaube übrigens, weil ich hier immer ein ganz anderer Felix bin als im Stream, weil die Leute denken, ich bin wahrscheinlich der überpolitische Guy und könnte gar keinen Spaß verstehen. Das ist überhaupt nicht so. Also wirklich, es kommt jetzt, wenn das Video online ist, kam, glaube ich, auf meinem Philosophie-Kanal ein Video hoch. Das heißt, warum hassen mich alle? Das ist ein sehr, 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 also aus meiner Sicht ein sehr gutes Video, das das ziemlich gut erklärt. Schaut euch das gerne an, wenn ihr mich kacke findet. Oder auch feiert, vielleicht findet ihr mich mal nachkacke. Ähm, ich will so eine Balance halten zwischen politischen Sachen. Und, bro, ich hab vorhin gesagt, brah, was hab ich vorhin gesagt? Äh, Chinesen, ich halte mir die Nase zu, damit ich, weißt du, Chinesen, damit ich halte mir die Nase zu, damit ich kein Corona kriege. Ich find das nochmal arschwitzig so. Aber, ähm, auf diesen Based-Ebenen hab ich trotzdem so eine Meinung. Aber ist ja auch scheißegal. Wie gesagt, jeder soll das machen und ich hab, bin ich verfeindet mit Leuten, die Fleisch isst. Du bist mein bester Freund und isst Fleisch. Und, äh, von meinem Home... Was wär, wenn ich jetzt für 1000 Euro Knaller kaufen würde? Dann machst du das halt. Und ich würd Insta-Stories machen und, boah... Das ist peinlich, aber dann fickst du dich selber. At this point fickst du dich selber. Äh, ja, ich boah, auch teilweise von meinen, von meinen IRL-Homies richtig gute Freunde. Die, die, die stehen übel krass auf Böller in irgendwie Seen werfen. Und da bin ich halt kein Fan von, aber das sind trotzdem meine Freunde. Weißt du, was ich meine? Ja. Die kronen sich immer so einen richtigen Kracher mit was weiß ich wie viel Kraft. Und dann bauen die sich einen Berg aus Dreck und Scheiße und stecken den da rein und lassen den knallen. Bro, wenn das dem, wenn das so ein, äh, wenn das diesem Affenkopf von, von den Affenwesen da irgendwie verficktes Glücksgefühl gibt, das Scheiße extrudiert, dann soll das so sein. Bro, ich hatte mal einen Kollegen, das fällt mir gerade ein, das ist auch schon ein paar Jahre her. Also es gibt ja, es gibt ja so diese, diese ganz normalen Knaller, die du in Deutschland kaufen kannst. Und dann gibt's ja wirklich Sprengstoff, den sich Leute kaufen. Digga, du musst ja, kennst du diese massiven Betongrills? Und ich hatte so einen Kollegen, der war geistkrank, der hatte auch, der hatte auch in seiner Schublade, der, also das war so wie so ein verrückter Professor. Ja. Der hatte eine ganz, ganz kleine Menge radioaktives Uran in seiner Nachttischschublade und so. Also der war völlig krank. Okay. Der war auch so, der hatte auch so eine Werkstatt, hat da immer irgendwas gebaut und so, Bruder. Weil ich hab, also wenn irgendjemand mal versucht, die Weltherrschaft zu übernehmen, dann ist das er. Und der hat irgendeine, also wirklich so einen Knaller mitgebracht. Wir haben bei meinen Eltern Silvester gefeiert im Schuppen. Ja. So, und wir haben da so einen Tisch hingestellt und das war, haben uns da besoffen einfach. Und wir hatten so einen massiven Betongrill, weißt du, mit so einem Schornstein oben und so. Und dann haben wir so mit D-Böllern so Plastikblumentöpfe gesprengt, so und so und haben uns da halt drüber gefreut dann. Mann, als Kind war das auch scheiße geil, Bro. Ja, als Kind auch so war Kind, als Kind war das geil. Ich hab dir in so viele Sachen reingesteckt und meinen Böller steck ich immer noch in deine Mom, aber... Ah, fuck, den wollte ich grad bringen, mit deiner Oma, fuck. Okay, 2-0. Und dann meint er so, ja, guck mal, ich hab hier einen, der knallt ein bisschen lauter. Ich so, ja, XD, XD, steck mal in diesen Betongrill. Digga, du kannst dir nicht vorstellen. Er meint so, er zündet den anderen, er meint einfach so, renn. Und wirklich so mit Panik in die Augen. Ich so, wie renn? Er so, ja, renn. Ich so, Digga, wir sind 50 Meter entfernt. Er so, egal, renn. Digga, wir rennen um die Hauswand. Wir gucken, es knallt. Das hab ich noch nie erlebt. Es war kein Knall, der sich einfach so ausbreitet in der Luft. Der Knall hat sich im Boden ausgebreitet. Okay. Bruder, du hast so in den Gullis diesen Knall gehört. Digga, der Betongrill explodiert. Wirklich Betonklumpen fliegen übers Haus in alle Richtungen. Dass es da kein Fenster kaputt gegangen ist. Ja, ja. Digga, hätte dieser Betonklump irgendjemanden am Kopf getroffen, der wäre tot gewesen. Digga, der wäre in den Knast gegangen. Ja. Bruder, das fand ich auch krass. Und das war das letzte Silvester, wo ich so geknallt hab. Weil da dachte ich mir, Digga, das ist einfach... Guck, da ist was passiert, was... Ja, aber irgendwann, ich bin auch älter geworden. Also für mich ist das so... Was eigentlich lustig ist, weil guck mal, damals so in der Ausbildung oder so... Also obviously 100 Euro ist scheiße viel Geld. Aber in der Ausbildung war halt, dass eine Woche arbeiten, so weißt du. Wenn du jetzt einen normalen Job hast, du verdienst mehr Geld. So sind 100 Euro immer noch 100 Euro, aber in Relation. Ihr checkt was ich mal. Ja, ja, genau, ja. Und man hat halt damals irgendwie für 60, 70, 80, 100 Euro Böller gekauft. Obwohl das wirklich... Das Geld war weg dann. Guck mal, das ist ein Argument sogar, da bin ich sogar auf der Seite der Leute, die Knallen geil finden. Ich finde halt die Sache, die... Also basically gibst du Geld aus, um es zu verbrennen. Das ist ja erstmal... Ja, und sieht schön aus dabei. Macht laute Geräusche. Macht laute Geräusche. Uga, Uga, was weiß ich. Ich bin Affenmensch und mag Feuer. Aber so dieses... Ich verstehe, dass Leute, die auf dieser Opposition, sag ich mal, sind und sagen, Feuerwerk ist mein Leben, ich bin Pyroman, was weiß ich. Oder die ist einfach... Ich lass mal kurz die Jokes sein. Leute, die Feuerwerk einfach geil finden und gerne knallen und da irgendwie ein Hobby drin haben. Und ich kann den Punkt verstehen, dass die Leute sagen, Bro, andere Leute geben das Jahr über für ihr Hobby halt, was weiß ich, wie viele tausende Euro aus. Und wir haben einmal im Jahr unser Hobby und können das einmal im Jahr ausleben. Und da sind dann halt tausend Euro nichts, wenn man das ganze Jahr für spart. Ich meine, wie viel Geld geben wir für diese PC-Sachen aus? Ja, 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 safe. Den Punkt verstehe ich schon. Aber wenn man das rein rational auf einmal halt sieht, dann denkt man sich so, Bro, ist das traurig. Was ist da für Plastik und Müll? Und es geht, glaube ich, nicht mal wirklich bei diesem Umweltthema, geht es, glaube ich, gar nicht mal so krass um das Knallen. Also es ist heute auf jeden Fall den CO2-Ausstoß, wenn auch nicht so übergroß. Aber Bro, die meisten Feuerwerkskörper sind halt, das ist halt Plastik. Also es liegt überall Plastik, überall. Ja, selbst wenn es Pappe ist, dass halt irgendwann biologisch abgebaut wird. Also die Straßen und so, die Städte sehen ja trotzdem aus wie Scheiße. Ja, da würde dann halt so ein Pyro-Fan so sagen, ja, wir bezahlen ja Steuern. Und dann kommt die Straßenreinigung zwei Tage später und dann ist halt alles wieder weg. Was regt ihr euch denn so auf? Und basically hat er damit auch recht, weil von den Straßen verfliegt es. Aber es gibt ja auch Orte, wo die nicht hinkommen. Ja, man kann es. Und es wird im Sehen, es wird auch Dächer, es wird die Vögel, die sich in den Regen rennen. Bro, die Tierwelt leidet so krass darunter. Das ist so absurd. Das haben wir immer gemacht, wenn wir bei uns auf der Straße geknallt haben. Wir haben nächsten Morgen immer so verkartet oder nicht, mit dem Besen alles zusammengefickt. Also unsere Straße sah immer aus wie Scheiße. Die anderen haben dann Fick draufgegeben. Aber das haben wir immer gemacht. Der einzige Grund, also ich werde wahrscheinlich, Ansel, oder stand wahrscheinlich an Silvester trotzdem um 0 Uhr draußen und habe mir das angeguckt und fand das dann auch cool wahrscheinlich. Aber ich selber kaufe mir einfach, weil keine Böller essen, weil mir das Geld zu schade ist. Ja. Weil ich auch mich immer vor lauten Geräuschen erschrecke. Ja. Und weil ich einfach mittlerweile fast 26 bin und es reizt mich einfach nicht mehr. Ich gucke mir das gerne an immer. Ja, man guckt sich das gerne an, aber ich denke mir halt auch so, es ist es mir einfach nicht wert. Aber weißt du, wovon ich eigentlich krass fan wäre, dass jede Stadt einfach ihr eigenes Feuerwerk hat und Leute können da sich hingehen und sich ergötzen an dem Knallen und an diesem Geräuschen. Es ist, alles ist gesichert. Es ist halt trotzdem Kacke für die Tiere, aber es ist weniger Dreck. Es ist wenig, aber es ist auch weniger Kacke für die Tiere, weil es nicht, also weißt du, es ist halt... Aber trotzdem wird sich, also das könnte man machen, das finde ich auch eine sehr coole Lösung so. Aber trotzdem werden sich diese ganzen Leute, du wirst Leute, die... Und da gehen wir jetzt wieder in die extreme Richtung, nicht Leute, die sich einfach darüber freuen, ey cool, heute kann ich ein paar Böller zünnen, ich kaufe mir jetzt für 20 Euro zwei Batterien und freue mich dann 10 Minuten. Sondern das geht dann wieder in diese extreme Richtung, die da einen Charakter-Trade draus machen und ey, wir lassen uns das nicht nehmen. Ja, dann wird es wieder politisch. Ja, genau, dann wird es wieder politisch. Aber das ist so peinlich. Ja, das finde ich auch peinlich. Aber Bruder, im Endeffekt, es ist halt egal, sie können es halt machen. Aber ich meine nur, selbst wenn in Städten so ein Feuerwerk jetzt sein würde, es würde trotzdem genug Leute geben, die dann da irgendwie nach Polen rüberfahren oder weiß Gott was und sich halt diese Scheißbörder holen. Ja, das würde nie wirklich aufhören, aber das wäre auf jeden Fall so krass reguliert, weil ich glaube, und das ist auch wirklich das Ding, ich glaube nicht mal, dass die ultrakrassen Pyromanen das sind, weil ich glaube, ehrlich gesagt, ich glaube von diesem, ich möchte es mal sagen, peinlichen Hobby, gibt es nicht so viele Leute, die das wirklich so krass machen. Ich meine, ich erinnere mich an meine Familie und meine Kindheit zurück. Und meine Familie ist, was dieses Thema angeht, wirklich based. Aber ich habe das als Kind auch enjoyed. Wir sind da von Lidl zum Groschenmarkt, zum was weiß ich, überall hingegangen und haben so ein paar lustige Böller gekauft. Und dann sind wir rausgegangen hinten im Garten von meinem Opa und dann haben wir da so ein bisschen geböllert und war witzig und Wunderkerzen in den Schnee gesteckt und was weiß ich. Aber ich glaube, diese normalen Familien, die jetzt kein Fable dafür haben, die halt einfach mitmachen, weil es jeder macht, ich glaube, die würden halt erstmal froh sein, dass die Geld sparen können und dass die Kinder trotzdem was sehen. Und die Pyromanen würden sich das wahrscheinlich nicht verbieten lassen, aber davon gibt es nicht so Turbophile. Ich glaube, davon gibt es nicht so Turbophile wie die normalen Haushalte. Letztes Jahr zum Beispiel, 23, weil das umsatzstärkste Jahr, das wurden 180 Millionen Euro umgesetzt. Mit, 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 ja in Deutschland. 180 Millionen Euro mit Knallzeug, weil das das... Nur mit Knallzeug? Weil das das erste Mal war, Digga, 2021 und 22, äh, 20 und 21 war ja nichts los. Das war so wenig. Boah, ja. Weißt du, Digga, das war so dieses... Ja, ja, ja. So, und ich glaube, dieses wenn... Es ist wahrscheinlich auch nicht die beste Lösung, aber es gibt ja auch Länder, wo quasi ein Feuerwerk von der Stadt geplant wird. Ey, ich finde das auch geil. Ich würde mir das auch voll gerne angucken. Voll. Also das, das würde ich auch eine geile Lösung finden, aber, ja, das meinst du ja auch. Und sag mal, wenn jetzt nicht jede Stadt reicht, jede Hauptstadt, ja, wenn da Köln, wenn die es am Dom zünden würden, zum Beispiel oder am Bahnhof, dann wäre da voll viel los und super viele Menschen. Digga, wenn es jede, wenn jede Kommune, äh, oder weiß ich nicht was, jede Kommune in ihrem eigenen kleinen Rathausgebiet ein kurzes Feuerwerk zündet. Digga, das wäre voll geil. Stellt da irgendwie so einen, keine Ahnung, noch so einen Holzwagen hin, wo jemand einen Arsch viel Geld kriegt, so, dann der kann da ein bisschen was ausschenken. Also zusammenfügen, dann machen die da noch Umsatz, die Stadt ein bisschen, für Steuern, dann gibt es da einen kleinen Glühweinstand, dann treffen sich Nachbarn zum ersten Mal und dann knallt da kurz fünf, zehn Minuten und dann wird das alles direkt von der Stadt sauber gemacht. Dann saufen die noch ihr Bier aus, gehen wir nach Hause und alles geil. Dann saufen die ihr Bier, es wäre immer noch Kacke für die Tierwelt, aber es würde halt so viel weniger Problematik geben. Es ist kein Hurensohn-Kind, wirft einen Hund ab mit Böller oder keiner wirft in den Ententeich irgendwas. Boah, ja, ja. Bro, das ist alles so diese, wirklich die großen, krassen Problematiken. Digga, das, das muss man auch nochmal sagen, das finde ich auch, bin ich voll bei dir, ist ein geiler Ansatz, aber was für, also da, und da hört es bei mir auch auf, so, und da finde ich, da kann man auch nicht sagen, yo, ich, ich respektiere jeden, bla, bla, bla. Digga, für mich die größten Fotzen, die wirklich aktiv auf Tier, Mensch und, keine Ahnung, zum Beispiel, egal ob Krankenwagen oder normales Auto, die halt wirklich Böller als Waffen benutzen. Oder ich habe letztes Video gesehen, Digga, auf einer befahrenen Straße, Leute stehen an einer Bushaltestelle, jemand zündet aus dem fahrenden Auto eine Rakete, das ist, sowas sind für mich hohen Sinne. Da muss man jetzt fairer, muss ich jetzt fairerweise zu sagen, das sind, glaube ich, nicht die Leute, die diese Faszination Pyrotechnik haben. Nein, das sind einfach nur Vollidioten, die Böller als Waffen benutzen. Genau, die auch dieses, die, aber da müssen diese Pyroman-Hobbyhaber halt auch drunter leiden, dass halt Idioten da in die Vier kommen. Es gibt sicherlich, es gibt sicherlich auch Based-Leute, die einfach Pyrotechnik, ähm, oder diese Silvester-Sachen, in einem wirklich für sich so krass gesicherten Umfeld machen, irgendwo auf einem Land, wo die Wissen ist, so, und die räumen das dann weg und ergötzen sich einfach kurz dran. Die bauen damit keine Scheiße, die finden das einfach gut. Ja, die freuen sich einfach drüber, dass sie einmal im Jahr da ballern dürfen. Merkwürdiges Hobby, so, aber who am I to judge, so. Das Briefmarkensammeln auch, finde ich. Ja, also generell, es gibt so viel, aber so, weißt du, wenn es... Oder in Stadien gehen, sich prügeln, finde ich auch jedes Hobby. Aber so dieses, ja, dieses Problem daran ist einfach, dass diese Narrative von, es ist ja alles so geil an Silvester und das knallt und so, also, ich finde das irgendwie, bro, es fehlt bei all diesen Themen, fehlt so ein bisschen Aufklärung. Ja, I don't know. Digga, weißt du, was die geilste Szene bei so einem Silvester-Einkaufsvideo war? Da habe ich mir wirklich, ich habe das mit Julia geguckt, und mit Henke, auch, der war kurz da, bevor wir in die Shisha-Bar sind. Digga, wir lagen so auf der Couch, da habe ich auch von so einem, die heißen ja auch alle irgendwie Pyromaster, Mr. Pyro und so. Ja, Mr. Pyro HD, ja, ja. Digga, wir haben so ein Silvester-Einkaufsvideo geguckt, wirklich, sie sind um vier Uhr morgens losgefahren, haben so zehn Lidle abgegrast. Bruder, das war so geil, er war einer der Ersten da, und der hat schon alleine beim ersten Lidl für 400 Euro, und das war der Erste, und die sind noch drei Stunden weitergefahren. Der hat für 400 Euro Knaller gekauft, und dann ist er zu einem anderen Lidl gefahren, und die Leute standen, also das habe ich noch nie gesehen, das war damals, wenn so neue Yeezys released wurden, von diesen Hype-Stores in Berlin, so standen die Leute. Digga, die Leute standen über den ganzen Parkplatz, weißt du, was er gemacht hat? Er ist mit seinem Auto an denen vorbeigefahren, hat sich auf den Parkplatz gestellt, hat vorhin seinen Kofferraum aufgemacht und mit seinem vollen Feuerwerks-Kofferraum geflext, und das war selbst seiner Freundin unangenehm. Der hat auf diese ganzen Leute... Oh, das Video musst du mir mal schicken. Ja, der hat auf diese ganzen Leute geflext, die in der Schlange stehen, hat er seinen Kofferraum aufgemacht, hat so gesagt, jo, wer will Gratis-Knaller XD, und dann sind die alle rausgefallen, und keiner hat einen Fick gegeben, jeder ist einfach in den Laden rein, weil er kaufen wollte, und er musste die ganze Zeit seinen Scheiß einsammeln, weil es aus dem Kofferraum gefallen ist. Das ist witzig. Das war ehrlich geil. Aber ich bin auch ein bisschen in der Lore gefangen, aber ich habe ja auch gestern viele, vor Silvester noch, viele von diesen Silvester-Einkaufs-Videos angeguckt. Irgendwie finde ich es auch witzig so. Ich glaube, die warten halt ein Jahr da drauf, und dann ist so deren Tag, weißt du, und dann geht's los. Das ist mein Time to Shine, jetzt kann ich mal die Frauen imponieren. Das ist meine Zeit. Schatz, das ist ein China-Böller-Cracker. Und die Mädels von denen, oder die Freundinnen von denen, die machen das halt auch mit. Ja, boah, das ist aber so ein weirdes Konstrukt. Julia hat zu mir gesagt, die wird fragen, ob ich bescheuert bin, wenn ich sie morgens um 5 Uhr frage, ob sie mit Knaller kaufen kann. Knaller. Ja, und dann zünden die, weißt du, um diese Videos immer einzuleuten, dann lassen die immer so eine richtig lächerliche, kleine Sache zünden. Und mein Chat ist, das ist so affenwitzig, die sagen so, um das heute mal einzuleuten, den Einkauf, wir haben es jetzt schon vier Wochen, ich stehe auf, ich habe hier den kleinen Feuerteufel euch mitgebracht. Und den zünden wir jetzt erstmal. Und dann sitzt der mit so einem Bunsenbrenner-Feuerzeug, zündet der das an, und dann legit das machst du so, und dann sagt der, geil. Ja, und dann sagt er, und der Chat schreibt so minus drei, weil das drei Euro waren, die da gerade geknallt haben. Ja, das ist gerade, das habe ich auch gesehen, da hatte einer so eine Daredevil oder so, kostet 20 Euro, so eine Batterie. Das sieht cool aus, das ist auch geil, ich check das alles, das ballert halt zehn Sekunden, dann ist das durch, das waren 20 Euro. Ja. Du kannst hier zusammenräumen, ein bisschen Gras rein, dann kannst du das schrauben. was wir machen müssten, als super reiche Großverdiener, wir müssten einfach zu so Hotspots, mal so wahrscheinlich Sachsen oder Zwickau oder so, da müssten wir irgendwie mal hinfahren und zu so diesen, neben uns diese Pyro-Leute stellen und einfach, wir investieren auch mal 400 Euro, aber nur nicht im Lidl, sondern wir holen einfach so 400 Euro Scheine und zünden die einfach nacheinander an und wedeln die. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, da würde ich einen Herzefakt kriegen. Ja, ich auch. Aber basically ist das genau das gleiche. Wenn jemand vor mir, es sieht nicht so cool aus, aber wenn jemand vor mir Geld anzündet, ich glaube, der kriegt mir Herz. Kannst du Schwarzpulver rüber machen. Das wäre cool, ja. Ich würde dem das Geld, ja. Was glaubst du, wie viele Meldungen wird es jetzt Anfang dieses Jahr geben, wie viele Leute sich so Finger abgesprengen? Das ist nochmal eine ganz andere Gartung. Das ist auch eine ganz andere Sache, weil das trifft halt Leute, die wahrscheinlich in ihrem, no joke, das ist wirklich traurig, es trifft wahrscheinlich, mit diesen Fingern und Unfällen, das trifft wahrscheinlich die Leute, die in ein paar Jahren wahrscheinlich die most based Meinung dazu haben, weil die halt aufwachsen mit diesem ganzen Umweltzeug. Das sind halt die Jüngeren. Das sind die, wo der Pyro-Papa, boah, da gab es auch ein Video, wo der, wo ein Dad seinen vierjährigen Sohn auf den Schoß nimmt und, boah, das war so absurd, das muss ich kurz einwerfen. Das ist so ein Pyro-Youtuber, so ein richtiger Assi aber, und der sitzt mit seinem vierjährigen Sohn da und der redet dann, und der kann noch nicht mal reden, der wirklich vierjährige Sohn. Und der sitzt da und erzählt eine, das heißt so, Unfall-Story Silvester mit meinem Sohn. Und der redet da und bla 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 und dann redet er über so eine Familien-Story, wo irgendeine Batterie umgekippt ist und das ist alles in den Garten. Alle Familien, mit denen haben es abgetroffen und dann sagt der so, und du hast geweint, ne? Ja, du hast geweint, du fandst das gar nicht gut. Und dann der so, ja, das war auch gruselig, hab ich mir erstrocken. So richtig süß. Und dann sagt der aber so, der indoktriniert diesem Kind die Meinung, ja, du bist ja auch noch was jung, aber jetzt bist du ja tapfer, passiert ja nichts. So, lass doch das Kind Angst haben vor Knallern, lass doch seine eigene Meinung bilden. Und es war für mich so absurd, dass da der vierjährige Sohn zum Pyroman gemacht wird, weil das halt der Hobby vom Vater ist. Und ich finde das wirklich traurig. Aber das ist ja oft so, dass Eltern das wollen. Ja, bei jedem Hobby. Mein Dad ist Arzt geworden, du musst jetzt, mir egal, ob du glücklich bist, du musst jetzt Arzt werden. Genau, ist krass, aber bei diesem Thema ist es halt so noch trauriger, weil das Thema, was du gerade genannt hast, basiert ja da drauf, dass die meisten Leute, die Finger verlieren, sind halt Leute, die zum allerersten Mal irgendwie so krasse Debeler irgendwie denken. Ne, das meinte ich nicht. Ich meinte die Leute, weil da, wo mein Onkel wohnt, das gab es ja vor ein, zwei Jahren. Ich meine die Leute, die noch krasser unterwegs sind und die sich einfach ihre eigenen Bomben bauen. Das finde ich ist nochmal ein ganz anderes Level. Da war einer, da war ein Typ, aber da finde ich ist dann auch da. Bro, sage ich, das ist natürliche Selektion. Ja, würde ich jetzt auch sagen. Also da würde ich auch sagen, habe ich wenig Mitleid mit. Das sind halt Leute, die besorgen sich dann meist sehr illegal irgendwie so diese Ingredients, so Schwarzpulver und so ein Shit. Der saß in der Garage und hat sich halt wirklich eine Bombe gebaut und hat sich damit dann halt weggesprengt. Aber das ist so, was erwartest du denn halt, wenn du als fucking Laie, also es gibt doch genug Scheiß jetzt, es gibt doch genug Sachen, die laute Geräusche machen, die cool aussehen und so. Warum gibt es immer noch diese Vollidioten, die dann sich, und das sind auch so die Wichser, die zünden das dann in der Menschenmenge. Die stehen dann irgendwo, feiern und dann, guck mal was ich hab und dann zünden die es in der Menschenmenge und drei Leute verlieren ihre Finger oder werden blind auf ihren Augen oder so. Also baut einfach keine Böller selber, Digga. Wenn ihr Knaller kauft, dann macht das meinetwegen, aber dieses sich selber bauen, das sind für mich wirklich Vollidioten. Trotzdem, ich sage da auch nochmal, weil ich hab wirklich gar keinen Bock da irgendwie jetzt, ich hab wirklich gar keinen Bock auf die Kommentare in der Folge. Ich sag nochmal, für mich, Digga, ich sehe mich da in keiner Art und Weise als moralische Instanz, aber ich find's, weiß nicht, das ist so, ich glaub, ich hab da meine Meinung zu den Sachen jetzt gut wiedergespiegelt, I hope. Ich war jetzt, ich war vorgestern bei Flixi und wir haben ein bisschen Musik gemacht und die haben so zwei, die haben zwei wirklich extrem süße Hunde. Und das ist wie gesagt nicht lange her, das war vorgestern. Und ich hab mich mit einem Hund so angefreundet und ich hab jetzt, ich hab, weiß ich nicht, dieses Jahr über jetzt nicht wirklich viel mit Hunden zu tun gehabt. Einmal als ich bei Tam, außer halt mit meinen ganzen Viewern, aber ich hab jetzt halt, war dann einmal bei Mibi und Tamar. Der Oma Klepp für mich, wenn ich das will, 2-1. Ja, gut. Die haben auch einen süßen Hund, aber wirklich, das war vorgestern, das war so, dieser Hund kam direkt an und hat sich mit mir angefreundet und ich hab diesen, diesen Hund so die ganze Zeit gestreichelt, während wir so Beats gewonnen haben und das war so, der Hund hat die ganze Zeit gespielt. Und ich denke mir dann so, unabhängig davon, ob man irgendwie seinen Hund trainieren kann, keine Angst zu haben oder so, ich hab mit diesem Hund so geweibt irgendwie, dass ich, da ist mir auch nochmal, das war ja kurz vor Silvester, da ist mir nochmal aufgefallen, boah, diese wirklich, diese, ich solidarisiere mich da mehr mit Tieren als mit Menschen teilweise. Irgendwie, das ist ganz merkwürdig. Dieser Hund, der mich so anguckt und so einfach spielt und liebt und so, dieser Bastard, Alter, der muss, der kriegt so parmische Angst und du kannst dir einem Hund nicht sagen, hab mal keine Angst, das ist alles gut, wir sind zu Hause. Die denken, die Welt geht unter und es knallt und kriegt und wenn du dich dann noch mit deinem Hund unter eine Decke steckst und den kuschelst, dann denken die, du hast auch Angst, weil du dich versteckst und dann ist es noch schlimmer für die, Und ich denke mir so, Bro, das kann man so krass alles umgehen und das hat mir so leid in dem Moment. Ich glaube, bei mir ist, wie gesagt, meine Meinung ist einfach, mir geht es da voll ums Tierwohl und ich brauche auch nicht knallen, aber jeder, der knallen will, soll halt knallen, wenn er damit glücklich wird, Bro. I don't know. Ich hoffe, ich bin für ein Verbot. Punkt. Mir ist basically egal, also mich würde es absolut, wenn jetzt morgen announced wird, Jo, man darf hier nie wieder knallen, wäre es mir absolut egal, muss ich sagen. Also ich würde es nicht jucken, wenn ein Verbot wäre. Nö, mir ist es völlig Latte. Also ich würde mir da jetzt, ich glaube, ich würde es nicht mal merken, wenn die keine Knaller verkaufen in den Läden, weil es mir so Wayne ist. I guess, ja. Ja. Gab es das nicht sogar schon mal? Es gab doch mal irgendwie ein, zwei Jahre. Ja, 20 und 21. Na hier, Corona, ja. Ja. Aber hat sich auch kein Schwanz dran gehalten. Ja doch, also es wurde, das meine ich ja, es wurde wesentlich weniger gekleidet und Leute kamen trotzdem auf ihre Kosten, so lowkey. Okay, krass. Ich dachte, ich dachte, das hätte wirklich gar keinen gejuckt. Also ich glaube, wie gesagt, diese klassischen Familien, die hat das einfach nicht gejuckt, weil die dachten sich so gut, dann haben wir einfach mehr Geld und die Kinder können, den können wir eintrichtern. Kriegen die mal zu Weihnachten mehr ein Geschenk oder sowas. Ja, sowas. Und die hat das nicht gejuckt und es war wirklich ein All-Time-Low, so, aber die Leute, die pyroman sind, die haben halt vom letzten Jahr eh noch was. Die krallen dann trotzdem. Ja. So, ich weiß nicht. Ja, wie gesagt, es ist alles nicht irgendwie immer so ein riesiges Thema, wie man denkt, aber wirklich, macht euch mal, wenn ihr jetzt nicht so viel krasser politisch engagiert seid oder was weiß ich, muss man auch nicht, man muss nicht zu jedem Thema irgendeine Meinung haben, aber denkt einfach mal drüber nach, ob ihr Haustiere habt, ob euch das das wert ist, ob ihr da wirklich dran Spaß habt und wenn ja, dann macht das, dann müsst ihr das abwiegen, aber wie gesagt, wir schreiben keinem was vor, wir sind nicht die moralische Instanz, also wir können einfach nur unsere Meinung sagen. Von meinen Viewern und von meinen Freunden sind auch wie gesagt voll viele Leute, die knallen halt an Silvester gern, so, ich nur deine Mutter, aber 3-1, aber es ist keiner, niemand ein schlechter Mensch, der das macht irgendwie, also vielleicht schon welche, aber jetzt nicht auf über einen Kamm geschert, aber es ist halt einfach, in meinen Augen ist es einfach irgendwie, ich finde es ist halt ein peinliches Hobby, andere Leute denken, Stream ist ein peinliches Hobby, was weiß ich, aber jeder soll machen irgendwie, was er möchte, aber man muss sich damit beschäftigen einfach. Unsere grüne Mutter Erde ja auch so schön, dass es ganz viele verschiedene Menschen gibt, ist das nicht schön. Und bald ganz wenig verschiedene Tierarten, denn die Umwelt geht zugrunde. Wir werden alle sterben, die Polarkappen schmelzen. Ja, I don't know. Jeder wie er mag, jeder wie er mag. Das ist das Wort zum Montag, wa? Das ist das Wort zum Montag, oder gibt es noch irgendwas? Irgendwas noch vielleicht, was nicht so politisch aufgeladen ist? Digga, wir müssen echt aufhören mit politischen Folgen, Alter. Dicker Scheiße. Haben wir das schon mal gemacht? Ich weiß, wir haben einmal dieses Laila-Thema. Ja, das war schlimm. Ja, ich bin da, keine Ahnung, Digga, ich finde das so, also ich sehe mich halt nicht in der Lage so irgendwie über irgendwas oder irgendwen zu unteilen, so. Ja. Und wie gesagt, ich beschäftige mich auch einfach zu wenig mit so Sachen. Bro, schreib uns gerne, also ReRap, nicht nur, dass die Leute Kommentare schreiben, denen das jetzt sauer aufstößt oder die das jetzt krass supporten, auch Leute, die jetzt vielleicht die eine Meinung von dem vertreten. Objektive Meinung würde ich gerne in den Kommentaren sagen. Schreibt uns gerne mal eine objektive Meinung zu Silvester und zu diesem Knallzeug. Falls ihr gerne knallt, könnt ihr das natürlich auch gerne machen. Aber, mich würde interessieren, von den Zuhörern und innen, die wir hier haben, schreibt gerne mal in die Kommentare, ob euch diese politischen Sachen krass auf den Sack gehen. Weil ich glaube, die Leute haben uns angefangen zu hören wegen unserem Ich fick deine Mutter und unserem lustigen Scheiß. Ja, aber also, Digga, das ist vielleicht so ein Ding, wo man nochmal drüber reden kann, weil ich finde, da habe ich auch mit Henk im Podcast drüber geredet, ich zum Beispiel finde, ich habe mich irgendwie krass weiterentwickelt. Also, wenn ich mir jetzt so alte Content Offensive auch angucke, es ist also schon noch dieser Humor, aber nicht mehr dieses so von der Delivery. Ich finde es sehr oft anstrengend. Also, ich glaube, ich habe da nochmal drüber nachgedacht, ich glaube, ich würde jetzt nicht nochmal so eine Content Offensive machen wie vorher. Ich glaube, ich bin einfach ruhiger geworden. Wirklich? Ja. Und ich finde dieses auf Dauer, wenn man sich im Podcast, also jetzt so zwischendurch, finde ich das lustig, das haben wir ja geprägt so, aber ich finde dieses dauerhaft nur Shit-Talken und sich beleidigen irgendwie auch anstrengend. Also, ich finde, auch wenn ich von Politik wirklich wenig bis gar keine Ahnung habe, ich finde dann so, sich mit solchen Sachen mal auseinanderzusetzen, schon irgendwo interessanter und auch einfach mal angenehmer in einem Talk, als einfach nur permanent ich fick deine Mutter an. auf jeden Fall. Ich finde, also ich würde mir, wenn das jetzt nicht Zabix und Philo wären, sondern irgendwer anderes, der mich interessiert, initial irgendwo, würde ich mir den Podcast so wie wir es auf jeden Fall anhören. Ich finde diese Deep-Talks interessant, ich finde das auch geil. Aber man muss sich doch auch weiterentwickeln, wir können müssen, also ich habe das auch. Ich würde mir den so anhören, wie er jetzt ist. Ja, ich finde das auch gut. Ich habe auch Kommentare gelesen, ja, beleidigt mal öfter eure Oma, aber ich feiere so aufgesetzt, aber ja, wir müssen uns jetzt mehr beleidigen, das ist doch scheiße, dann lass doch einfach, wir werden doch auch älter. Also lass doch einfach so, keine Ahnung, wir sind ja in den Streams auch, so man ist da am entertainen. Ich finde es eigentlich auch geil, wenn man einfach mal normal über Sachen reden kann. Ich finde bloß so politische Themen, ich hätte da jetzt keinen Bock, jede Folge drüber zu reden, weil ich einfach, Digga, wir sind am Ende des Tages ja Entertainer und keine Politiker zum Glück. Und das soll halt auch so bleiben. Lass uns mal als Vorsatz für jetzt 20, 24 nehmen, weniger so lange politische Themen zu machen. So ein Seitenhiebsatz, weißt du? Wie dieses Feuerwerkding, das sind aktuelle Sachen, da kann man ja vielleicht kurz drüber reden, wenn man da irgendwie eine Meinung zu hat. Aber ich müsste es auch nicht auf Krampf überall mich zu äußern, wo ich keine Meinung zu habe. Ich finde dieses Fleisch-Essen-Veganer-Ding halt schwierig, weil du halt recht hast. Also es gibt ja kein Argument gegen Veganismus. Aber ich esse halt Fleisch und ich finde, es ist einfach anstrengend, wenn man so in so eine Ecke gedrückt wird und man muss sich dann so verteidigen. Das finde ich einfach kacke, da habe ich keinen Bock drauf im Podcast. So, das ist einfach, lass einfach so entspannte Themen. Ja, natürlich auch. Finde ich chilliger. Ja. Ja. Ich wollte gerade auch irgendwas sagen. Ach ja. Für die Leute, was für mich persönlich freuen würde, um das in einer Sache mal zu machen. Wie gesagt, neues Philosophie-Kanal-Video kam online. Das ist ein neuer Kanal von mir. Würde mich echt freuen, wenn ihr den abcheckt mal. Erstes Video kam schon und jetzt kam Warum hassen mich alle? Und um da nochmal eine Pointe aus diesem Video zu bringen. Keiner, auch nicht ich, niemand ist frei von Doppelmoral in irgendeiner Form. Weißt du? Bei mir stehen in der Küche auch das ein oder andere vegane Nestle-Produkt, weil das in dieser Sparte eben das einzige ist. Und manche, weißt du, das ist halt alles nicht so, ich finde, man sollte viele Dinge nicht so eng sehen, außer seine fundierten Sachen. Aber niemand ist frei von Doppelmoral. Manche sagen, das andere meinen das eine. Es geht immer einfach nur darum, wie das Bauchgefühl sich gerade nach der Bass-Sache, die man halt gerade im Kopf hat, irgendwie richtet, finde ich. Ja. Also so dieses, du bist ja aber so Bass und dann darfst du darüber keine Witze machen. So fick mich nicht in meinen Arsch. So, Digga. Ich mache über das Witze, über was ich will. Und viel ist einfach bei diesen Sachen, viel ist einfach Delivery. Ja, voll. Also 100 pro. So, es gibt für mich... Also wie diese Jokes, die du am Anfang da mit dem Zug gekickt hast. Es ist ja obvious, dass du das ehrlich ernst weißt. So, weißt du. Das ist halt so, keine Ahnung. Und trotzdem sage ich das und ich bin echt bei mir so stolz drauf, Digga, dass ich an einem Punkt bin, jetzt auch so Twitch weiß, wo die Leute, die mich gucken, mich einfach so zu 100% getten. Und ich da so, Digga, mein einen Viewer, der heißt Pfeilo, ich nenne ihn die ganze Zeit Mr. Homoschul, weil der halt homosexuell ist. Und ich finde das so witzig, dass das so klingt. Und dann haben... Bro, bei mir ist das jetzt auch teilweise so, Digga, die treffen sich auf meinem Discord und haben so richtig gute Zeit. Und jetzt über Weihnachten sind Leute, haben sich in der Schweiz irgendwie eine Hütte geholt, die sich zum ersten Mal getroffen haben. Ja, Digga, das ist bei mir auch. Das bildet sich so eine richtige Community. Ich finde das so geil und die Leute verstehen das und das ist auch nice und im Endeffekt als Pointe von dem Philosophie-Video, man muss niemanden überzeugen, so, ich mache den Content, den ich mache, nicht für Leute, die eh meine Videos niemals angucken würden. Und so bin ich auch über dieses PhiloL-Thema ganz gut drüber. Diese Leute, die PhiloL die ganze Zeit oder jedes Thema schreiben, das sind nie Leute, die mir Geld bringen würden. Das sind keine Leute, die meine Videos gucken, meine ich damit. Ich kann mich mit denen hinsetzen und die von mir überzeugen, danach werden die nicht meine Viewer. Also warum soll ich die überzeugen? Ich mache mir dann wirklich Gedanken, wenn ich meine eigene Community krass enttäusche. Aber, ja man, niemand ist weit von Doppelmoral. Habt einfach mal, fickt nochmal Spaß und seid mal ein bisschen. Gutes Statement. Wacht mal auf, ihr Schafe, ihr Steuerschafe. Digga, aber das finde ich auch geil. So meine Community hat sich auch in so eine geile Richtung entwickelt. Bei mir im Chat ist das auch so, das finde ich irgendwie geil, so irgendjemand sagt eine Meinung, die ist zum Beispiel scheiße und die Leute diskutieren da wirklich drüber. Das finde ich geil, wenn da jetzt irgendjemand ist, der sich halt wieder läd zu Huren so benimmt, der wird halt weggebannt. Aber das finde ich halt geil. Jeder kann seine Jokes machen, jeder kann einfach irgendwie seine Meinung haben zu irgendeinem Thema. Das finde ich cool. Und, also was ich halt einfach wichtig finde, und das finde ich, ist mir dieses Jahr auch sehr krass bewusst geworden, weil man erwischt sich ja schon mal irgendwie dabei, wie man dann so jetzt wie heute, dann redet man da drüber oder da drüber, über irgendwelche Leute, die knallen oder Fleisch essen oder über irgendwelche Creator. Ja, das Video, meiner Meinung nach ist das ein scheiß Creator. Ich habe für mich einfach krass gemerkt, ich finde es einfach viel geiler zu chillen, ich bin keine moralische Instanz, ich stelle mich über niemanden, weil ich auch gar nicht das Fundament dafür habe oder die Grundlage. Ich sage einfach meine Meinung, ich labere ein bisschen Scheiß, im besten Fall unterhalten wir dann mit Leuten und that's it. Also das ist so, das ist so die Wave gerade und das enjoy ich sehr. Im Endeffekt machen wir ja auch wirklich bei No-Means politischen Content eigentlich. Bei was? Wir machen ja bei No-Means eigentlich, Bro. Ja gut, wir haben jetzt dieses Veganer-Ding und so, das ist halt, das ist halt jetzt auch nicht überkrass politisch so, weißt du, das ist halt, keine Ahnung, ja. Aber ich finde es auch mal, ich finde es halt auch einfach mal geil, so über normale Sachen zu reden. Also für mich ist, ich bin nicht mehr so, ich finde schon in so den zwei Jahren habe ich mich krass weiterentwickelt. Ja, ich auch. So und für mich ist das, also ich glaube für mich wäre das jetzt eher anstrengend, wenn man jetzt die ganze, ich fick deine Mutter und so. Also ich finde es einfach viel geiler mittlerweile, auch mit Rätselmann geht das richtig gut, einfach mal normale Konversationen zu führen und man hat halt trotzdem seinen Humor bei, aber halt einfach nicht mehr so auf so nervig. Ja, genau. Das ist halt einfach realer Content nicht aufgesetzt, so das klingt geil. Erwachsener einfach. Ja, safe. Ja, Content-Vorsätze, ich glaube in unserem Doppelpack, ich freue mich am, also worauf ich mich freue, ist der Podcast wird dumm abgegradet, so, darauf könnt ihr euch wirklich freuen, das wird wirklich sehr, sehr geil. Also nochmal mehr als jetzt schon. Ja. Und ich freue mich, worauf ich mich richtig freue, worauf ich auch richtig Bock habe, so da wirklich mit frischer Energie reinzugehen, so Richtung jetzt erstes Quartal, Sommer vor allem wieder, ist geile Philo vs. Zabix-Folge. Gut durchdachte Philo Zabix-Folge, da habe ich richtig Bock drauf. Digga, Streams laufen super, das geht so weiter, finde ich echt geil, so was letztes Jahr alles passiert ist. Ja, Digga, das finde ich geil, ja, ich werde gerade geview-bottet, aber nicht permanent, so ich habe gerade normal meine 5-700 Viewer, was ich überstark finde, so und manchmal spiked das so ein paar Sekunden auf 1200 und dann geht es wieder runter und keiner weiß so richtig, was es ist, ist wahrscheinlich irgendwas, ist das ein ausgelasteter Twitch-Tracker-Diagramm. Ja, ist komisch, aber ich hoffe einfach, ich sitze das jetzt aus und dann ist es irgendwann wieder weg, es nervt auf jeden Fall, aber Digga, gut, ich habe zu Weihnachten, das hat Weihnachten angefangen, ich habe Weihnachten Viewboard-Geschenk gekriegt, von dem Hurensohn Digga, aber egal, so Anson Lonsen läuft super, aber Philo vs. Zabix sehe ich uns auch, so Homme-TV-Videos finde ich eigentlich auch geil. Und was auf jeden Fall zurückkommt dieses Jahr ist Content Offensive, aber wahrscheinlich einfach in einer, ja, ein bisschen anderen Form. Ja, ich würde es einfach, ey, wir müssen das irgendwie upstappen, also so dieses Stumpfe, glaube ich, fühle ich nicht mehr. Das muss schon irgendwie geil sein im Kontext. Ich habe letztens einmal im Stream wirklich jede einzelne Folge Content Offensive geguckt, das war ein Marathon. Ja. Und ich habe mich bei jeder Folge bepisst. Ja, ist auch funny, aber ich glaube so, wenn wir das jetzt, weil wir es ja auch ewig nicht mehr gemacht haben, ist glaube ich, ich glaube es wäre jetzt eher so, ne, nicht mal ehrfurcht, ich glaube es wäre einfach aufgesetzt, so, ich glaube ich fühle das so nicht mehr. Wir müssen einfach mal gucken, was bei rumkommt. Einfach mal investieren, so zwei Stunden, und mal gucken, ich weiß halt nicht, ob das gerade so der Jam ist, ist so, ich bin gerade so auf meiner Wave irgendwie, ich mache das alles so, ich weiß nicht, ob das gerade fittet bei mir. Ja. Aber muss man gucken, sehr geil, das wird sich auskristallisieren. Oder wir machen, ja, müssen wir echt mal schauen. Safe. Ich muss erst mal mies pissen jetzt, willst du irgendwas sagen? Wir haben eine Stunde zehn. Reicht schon wieder. Was ist, nicht Vorsitz, aber was ist noch, das würde mich noch interessieren, gibt es einen persönlichen Wunsch oder einen Wunschgedanken von dir, der dieses Jahr passieren könnte, wenn alles Sterne allein. Gibt es von dir irgendwas, wo du sagst, das wäre so geil? Auch so auf Zahlen oder so? Nö, 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 also wie, was du willst. Soll ich erst mal meins sagen, damit du verstehst, welche Richtung? Also, mein absoluter Traum in den nächsten Jahren irgendwie ist, einfach umzuziehen, ja, mit einer Partnerin zusammenzuziehen, was weiß ich, und dann zusammen einen Hund zu haben. Oh, finde ich süß, finde ich geil. Das ist so mein Wish. Ich glaube nicht, dass das dieses Jahr passiert, aber so ein, weißt du, so ein Racker, der wirklich viel Platz und alles hat, was er braucht. Ja, finde ich stark. Und dann einfach geil umziehen und so, das ist mein Wunsch die nächsten Jahre. Das ist immer noch Playbutton bei mir. Ehrlich? Ja. Den will ich schon haben, seit ich 12 bin. Ja, den kriegst du ja dieses Jahr. Ja, ich will durchziehen, das ist geil, wie er da hängt. Das ist so ein richtig stumpfes Ziel, aber das würde ich geil finden, weil das war so, seit ich weiß, dass es den gibt als Kind, wollte ich den haben. Wenn du den dieses Jahr nicht kriegst, schenke ich dir meinen. Okay. Nächstes Jahr, 25 reicht mir auch, aber jetzt einfach so in den nächsten 1, 2 Jahren. Du musst echt speedrun, aber ein bisschen, weil irgendwie haben die immer gesagt, dass sie den abschaffen. Ja, dann gebe ich auf, dann scheiß drauf. Ja. Ich will einfach mal irgendein, irgendwo irgend sowas, so, was ich für meinen Content-Shit gekriege. Du bist trotzdem, du bist nominiert für den Streaming Awards, ne? aber als New Kammer gewinne ich nicht. Ja, ja. Ich werde mir ein schwartes Hemd anziehen. Ich werde mir anzukaufen. Geil. Ich werde richtig dreckig. Wenn ich gewinne, zünde ich mit Zigarre an vorne. Okay, geil. Fisch stark. Ich muss pisst, es tut mir leid. Ja, ist nicht schlimm. Ey, erste Folge 24 wird richtig geil. Wie gesagt, schreibt uns gerne so, es war eine wilde Folge zum Starten, aber ich bin ehrlich, weißt du was, ich werde jeden Kommentar lesen. Same. Wenn die Leute objektiv ihre Meinung schreiben, so, weil das, das finde ich sehr geil, so mit Argumenten, so, das werde ich mir auf jeden Fall durchlesen. Jetzt fickt euch alle, ich gepissen hatte. harte, tschüss, die Fotzen.